Herzliches Grüß dich bei den Old Gamers auf der Walchen mit Güllegries, Güllegries und mit Knechte. Da geht es schon zu. Die haben wieder gestartet, die Herrschaft. So, jetzt zeigen wir mal das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Bann, na, was haben wir gesagt? Die Kartoffeln kommen in die Kiste. So ist es. Leni Paschal, Servus, grüß dich. Sascha, auch schon da. Servus, hallo. Sascha, uns geht es immer gut, hoffentlich. Uns geht es immer gut. Kein Problem. So, das ist jetzt schnell gegangen. Jetzt muss ich schauen, dass ich da mit Lesen immer mitkomme. So, geht es schon richtig. Jetzt fährst du rauf und holst dir das für den Händler alles. Aber vergiss nicht, L, das ist spannend. Ja. Ich werde dann mal schnell bei den Dingern auch machen. Ah, sauber machen heißt das. Da geht das sogar im VCA. Ja. Und Sascha, bei dir auch alles in Ordnung. Alles bei L, das ist bei euch. Ich bin da auch ein Ding gesehen. Ah, danke schön für den Like. Super. Sieht das? Das kommt davon, wenn man lesen will. Leni und bei dir. Wer ist der Leni? Der war schon mal da, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ihn schon gelesen. Der ist für den Ding drüben, wenn man nicht alles täuscht. Aber wenn wir schauen, er wird dann schon schreiben. Aber er ist jetzt, glaube ich, nicht mehr da. Sieben likes, danke. Okay. Ich sehe jetzt noch zwei, wenn du einen Anzeig dafür. Kann sein. Nein. Ich weiß, wie momentan nicht. Leni habe ich, glaube ich, schon einmal gelesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder war es woanders bei einem Livestream? Ja. Oh, da ist ja her. Martin, wie er lebt und lebt. So, zumindest. Ich habe einen kleinen Trecker herangestellt. Sieht ihr gesehen? Ja. Manuellen. Haltung, aber jetzt muss man mal kurz sauber machen. Martin, wie geht's dir? Ja. Ja. Ich bin in Hollywood. Ja, ja. Hollywood. 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 Paparing King, grüß dich. Hä? Paparing King, servus. Ja, du läst es früher, als ich das lese, ja. Ich weiß, dass du es früher lest. Ich muss mir das auf den Steubleib schnell legen, dann kann ich es. Dann sieg es auch schneller. Paparing King, alias Heino. Servus, grüß dich. Und wo ist Palette bei euch da drüben? So. So, paar Sekunde. Dann sieh ich das auch. So. Artel, siehe, was grüß dich? Norbertz, habe ich gelesen. Einen guten und einen schönen Abend. Grüß dich. Nachricht auf Ding habe ich gelesen, gell? Du hast mir vorher geschickt, du hast super gepasst. Ich hab das schon am Montag geschickt, gell? Aber ich weiß, du hast dir jetzt Zeit gehabt, zu rein schauen, gell? So, jetzt warten wir noch auf das Gerät, das. Ah, ja. Hu, hu, Norbert, ja. Norbert auch immer da. Ein Landsmann hilft auch einen anderen Landsmann. Ach, so wie alle. Passt ja so. Äh, warte mal. 2800, glaube ich, sind das, was reinpassen. Das schon. Ich glaub 2800, wenn man jetzt nicht alles täuscht hat. Wir haben es nicht groß genommen. Wir sind ein bisschen umgekriegen, weil die 800 Kilo sind wir da ein bisschen auf die Ah-Ah gegangen. Ich hab die viel Stress gehabt. Ja, ich weiß schon. Ich hab, weil ich ein bisschen Bagger ausgegraben, wo es für ein Bagger ausgehoben hat. Christian, kommst du um, oder? Ja. Holden's? Ja. Den Singleplayer haben sie nämlich geholfen. Danke schön für die Likes, gell? Meine Herren. Ich hoffe nicht, gerade von klein hört man nicht den Hintergrund. Den hab ich nämlich auch anders heute gegeben. Stoomaster. Und das macht ein bisschen einen Wirbel. So, Discord hat zwei, aber da kann ich nicht eine. So. Ich schick euch mal einen in die... Okay, passt. Hab ich gerade gehört. Blblbl, ist gerade gegangen. Also du musst was geschickt haben heute, gell? Discord, passt schon. Super. Bist du du verfahren, oder was? Nein. Komm her schon. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt endlich unsere Opfelmaschine noch. Bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich das geplant hab. Fahr da irgendwo eine kleine... Alter, der fährt wie hat sich keiner bisdeppert. Ich fahr 27 mit der 50. Echt? Das hat so viel schnell ausgeschaut. Ehrlich. Echt? Was du da stehst? Bist du mir auf die hoch in die Reihe geschmeckt. Auf die PS4 ist die kleine Schaufel 1900. Ach was. Ja, ja, kann sein. Ich weiß jetzt nicht. Ich hab's ein bisschen umgeschrieben. Muss ich ehrlich sagen, gell? Das ist aber nicht einmal die ganz kleine. Das ist ja die mittlere, glaube ich. Die kleine war noch mehr gekannt und kleiner. Ich weiß jetzt gar nicht, welches wir genommen haben. Ich hab's halt ein bisschen erhöht, weil das ist mir da am Sender gegangen. So, Spanngurz herunten. Warte einmal, von welcher Seite. Von der hinteren schiebe ich dann zu will, ja. Dann probieren wir's einmal, so ein Klick. Hast du eine starke Höfe ausgeschaut? Ja. Warte, schau dir. Geht? Ich such die mit 15 Tonnen. Nein, Puffton Tonnen. Ja. So hoch, wenn man denkt, schreiben wir's nicht. So, wo sind wir denn da? Und wenn ich dann da herfahre und schieb da drück, sollte das gehen. Können wir mal postieren, können wir's eh noch immer gescheit. So, den hab ich jetzt natürlich von der verkehrten Seiten. Ist ja logisch. So, warst du ein bisschen kiri? Und der hat einen schönen Umme in den Hänger. Das kann ich zwar jetzt gut nicht lesen. Schaut das. Brauchbares. So will ich wegs. Der Halbwegs. Weih, das war zu. Weih nicht. So, ich glaub's verpasst. Back oder so. Okay. Hat sich nichts geteilt. Hm? Hm? So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Eine. X. B. Hast du die Schaufel dran, Christian? Nein. Ah, die Schaufel, Entschuldigung. Die... Halt mir schnell. Die Gobel, ja? Die Gobel, danke, ja. Die ist mir nicht eingefallen. So. Bin ich neig, ob's funktioniert. Den Singleplayer haben wir ameinander... Dankeschön, bin leid. Den Singleplayer hab ich ameinander geschissen. Weil's einfach nicht funktioniert hat, bis ich draufgekommen bin... Boah, der steht ein bisschen weit hinten. Aber da zurückkommen, schauen wir. Bis ich draufgekommen bin, dass der manuelle Adder, das manuelle Anhänger, hat das Ganze blockiert. Damit ist das nicht gegangen. Das war natürlich dann eine aufgelegte Kacke. Aber das hat lang gedauert, bis ich da draufgekommen bin. Ich glaub, das war ein bisschen zu Bilderscooppen. So. Du musst nachher die Gobel schauen, Christian. Ich komm jetzt nicht zu, Hube. Achso, hinten muss ich umschalten. Auf den Kornschieber. Ja, aber schon. Hm? Kornschieber da. Na super. Was ist? Wo komm ich denn da runter? Links, rechts? Beidseitig nachher, ja. 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 Es funktioniert schon gut aus. Wenn wir schauen, ob er jetzt rennt. Ja, rennt. Siehst du das? So. So. Na, Walter, der ist schon fertig. Ja, der ist schnell. Der ist noch 19 Tonnen oder was. Einige, Christian. So viel wird gesagt, das geht schnell. Dankeschön für die Likes. Wahnsinn. Zähne drin und Öff Likes. Super. Da habe ich jetzt auch... Eh kann ich was sehen. Ja, was ich erinnere jetzt von uns. Nein. Hab ich nicht. Hab ich glaube ich nicht. Jetzt gerade mit der rechten kannst du die Gubi auseinanderfahren. Bist du da auseinanderfahren müssen, Christian? Ein bisschen. Dann zieh mich runter. Mit der rechten Maust... Ich kann nicht, dass ich da eine geht. Was? Hä? Du schaust ja von unten an, dass du hier oben findest. Dann geht's schon rein, gell? Die ist ein bisschen steiler. Steiler oben stehen. Ste... Ja. Steiler oben stehen. Genau, so jetzt. Weißt du, kannst dich schon nehmen. Kannst dich schon nehmen. Ja, nicht so hoch. Nur gerade in die Hehe. Ja, ich weiß. Hä? Ja, der will mal in die Halle hinten reinstellen, da unten, oder? Oder sollen wir es dabei am Hänger aufstellen? Müsst du es am Hänger schnell nachher in die Halle führen? Oder führst du es gleich mit der Hand rein? Ich weiß nicht. Ich will es gleich hinten. Ich kann fahren. Hä? Ja, äh... Ich weiß, aber ich muss einmal aufkippen. Ich glaube nicht, dass das so... Was darf viel sein sein nachher nicht? Wie geht eine? 1700 Kilo. Nö. Zwei Hänger haben wir. Die von der Seite von einer, Christian. Oder da stellen wir es einer. Die da in der Ecke, gell? Genau. Na gut, dann fahre ich runter. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Soll ich vielleicht? Dankeschön. Da sind wir neu gekommen. Nein, der hat natürlich nicht geschrieben. Mäckli. Mäckli schreibt gut, äh... Kommt es sein, dass die Bremskraft nicht eingestellt ist? Adoptiv-Lenkung an. Ah, vielleicht ja. Ah, man denkt. Deshalb bin mir gedenkt. Shuttle-Control ist wie rausgekommen. Nee. Nicht am Feuer oder rein. Hast du die zweite Kisten schon geholt? Ah, eine gute Krass. Wie gesagt, ziemlich schau, dass die... Bitte, warten! Warte, warten! Was ist? Das ist so viel gebrat in der Glied, klar? Alter, was ist das für ein Getriebe? Christian, ich stelle mir das Getriebe um, gell? Wo ist es denn jetzt? Na geht es? Da ist es. Zwölf Damen, danke. Ich muss ja da meinen Stapler nicht leichter tun. Nein, geht nicht. Geht wirklich nicht, Christian. Ich habe es probiert, meinen Stapler. Der schiebt alles über den Haufen, bis du reinkommst. Mit dem Original, mit dem Manitou. Nein, nicht mit dem Stapler. Das ist ein Stapler. Der Manitou ist der Stapler. Der heißt Manitou. Ich kann nichts dafür. Der Stapler heißt Manitou. Ich kann nichts dafür. Ich habe es probiert, den Single player. Da sind die Gobeln. Die Gobeln sind zweit beieinander. Und dann hapert es, gell? Sascha, wolltest du dir heute in den Kurzerlaub fahren? 50 Kilometer von Hannover muss. Wieso muss man jetzt wieder heim fahren? Martin. Ich hoffe, ich möchte mich wirklich probieren. Punkt zur Heuwex. Ja. Er hat die Frau vergessen. Das ist gut. Das ist sie genau. Der Hürzügel. Der Hürzügel. Der Hürzügel. Der Hürzügel. Der Hürzügel. Oh, wow. Schau. Schau mich an. Ich wollte das lesen. Wo hast du es vergessen? Im Kurzurlaub oder daheim noch? Ich war nicht mehr zurückfahren. Pass auf, wenn es zuschaut, wenn jemand zugelegt hat. Ja, die ist hinten in der Garage. Wieso warst du das? Weil es die Motoröl auffüllen wird. Nein, nicht der. Nicht der Weibling. Ich warte jetzt eine Wanne. Weil ich es gleich angekommandiert habe. Darf ich gleich nicht mehr zuschauen. Los. Ich komme da gleich ab in die Küche zum Kartoffelschälen. Ah, da hätte ich gerne. Oh, je. Ah, so, jetzt kann ich aufkippen. Was steht, das Wichtigste ist, dass du die Gobi runterstöchst, weiterfahren. Der ist zu hochfahren. Mit dem Spitz musst du fahren runter, Christian. Dann kommst du rein, dann verschiebst du dich nämlich nicht. Das geht ja noch groß aus. Ah, ich muss es wieder einschalten. Die sind die Kacke da. Bei der ganzen Geschichte. Wenn es einmal leer ist. Jetzt geht's. Schon wieder leer? Ja. Das interessiert mir, was der eine muss nämlich fast immer drinnen bleiben. Weißt du, was ich meine? Ja. Die sind die Kacke. Nur weiter, das ist wie ich es wollte. Hier denke ich. Aha. Oh ey, ich lese eh mit so nebenbei. Ja, also hast du wirklich, hast du wirklich müssen umdrehen, Martin. Ich sage, du hast wirklich die Frau vergessen, das glaube ich dir nämlich nicht ganz. Frauen vergisst man nicht. Die sind immer eh anhänglich. Ich denke, jetzt sagt er, der sei nicht anhänglich. Ich sage. Nein, mit dir predige und die Frau. Servus, Levi. Was? Der Levi ist Dolce. Levi, servus. Aus. Are, aus. Ah, aus. 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 Ah, keine freie Kapazität, ok. Wieder reinhupfen, warte ein bisschen, Christian. Äh! Ehh! Ja, ich habe schon gesagt, Entschuldigung, gar nichts dafür. Dürft ihr zuhören? Ja, nur Grot aufheben, Christian. Ja, komm an. Das ist ein Millimeter. Also fährst du mit Joystick, gell? Das ist ja das. Mit Joystick fährst du, das ist das Querlige an der Geschichte, gell? Keine Trauer, einfach das mit den Kartoffeln anzufüllen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dankeschön für den Leitklebi. Achja. Und wie war eigentlich eine Woche sonst? Achja. 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 Machina. telling sie mich wieder. Achja. 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 um ob das geht ja macht ja nichts ganz kürzen gerade wirst du es nie auf bekommen sicher nehme ich gar nicht ganz kürzen gerade was ich meine aha ok was macht ihr mit den kartoffeln frage beantwortet wieso wir dann es ist nämlich einlogern wodurch man dazu kein logger nicht haben für das futter oder sprich für kisten kriegt man nämlich machen wir mehr das letzte mal beim video aus dem haben wir sie ausgenommen im prinzip und damals einmal probieren wird es mit der kartoffelanlage eigentlich funktioniert haben wir eigentlich einmal kurz ausprobiert und dann nie wieder wenn ich ehrlich bin und so kurz vor ende 19 haben wir also kurz vor dem starten aber wo man sich heute denkt warum auch nicht man kann ja das auch mal machen oder aber heute frei und die ganze nächste woche urlaub super über halt aber die nächste woche nicht nur nur heute war ich auch zu hause nur das heute aber das ist einmal mache es mir nicht schlecht das ist ja manches mal auch nicht schlecht wenn man bist du ein bisschen daheim ist oder ja die hat noch nicht da hoffentlich ist eine grau normal ist nicht der erste der beweis wo er ist noch bleibt du kann da noch streamen wo er gerne ist, ich weiß es nicht. Ist gar nicht so einfach mit den Paletten im Multiplayer, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht im Singleplayer ein bisschen leichter. Warte, ist denn noch nicht viel Christian, oder? Feuer! Ich denke, B... Da ist der Punktkala wahrscheinlich. Also, ne? Wir sind noch mit Zugeschirm. Schauen wir mal, ob das geht. Jawohl, geht wieder. Und schnell wieder Viere schütteln. Und kippen. Dass er nicht leer wird. Oh ja! Na komm, eine da mit dir. Ein paar Kartoffeln gehen ja noch rein. Da kommen eh ein paar Kiste zusammen, hm? Ja. Robi, Servus! Robi? Ah, Nachricht zurück zu... Ah, da ist doch... Alles klar. Bei uns selbstverständlich. Muss es sein. Und am Wochenende ist immer alles okay. Los... Ops, follow-on! Robi, wenn ich nicht so hier bin... Robi wollte ich das sagen. Was ist das? Langsam schließt sich die Runde. Von den Abbaus. Ja, von Ihnen meine ich. Von den... Nein, die Gaming-Boys habe ich jetzt gemeint. Von Olde. Schön langsam schließt sich die Hunde. Simon, glaube ich, ist noch nicht da, oder? Oder habe ich ihn überlesen? Nein, Sascha habe ich gesehen. Simon habe ich noch nicht gesehen. Der wird noch Arbeit haben. Ritschi, dann habe ich was gesehen. Siehe was, Ritschi. Der ist jetzt auch reingekommen. Ja, der war schneller mit dem Schreiben, als ich das sehe. Schaut's aus, Ritschi. Alles in Ordnung bei dir? Wir tun keine Zwiebeln und keine Karotten anzufüllen. Wir haben sie einmal mit Kartoffeln probiert. Ja, stopp. So kommen auch die Paletten auf. Dann, ja. Dankeschön vielleicht. Alle zwei. Dann. Muss er wieder kippen. Dann. Noch was drinnen. Jetzt wieder bald lau. Jetzt hat er bleiben. 400 Kilo drin. Wann ich mir denken. Wie kann man 100? Ja. Ritschi. Ritschi. Habt ihr nicht übersehen. Habt ihr nur beim Schreiben übersehen. Sonst hätte ich dich nicht übersehen. Glaube zumindest. Und? Anstrengende Woche gehabt? Aha. So. Ich muss jetzt da umschauen. Da. 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 So. Oh, danke. Irgendeiner hat abonniert. Recht herzlichen Dank. Ich sehe noch nicht wer. Ihr wisst es hat gerade gepimmelt. So. Danke. Danke. Geh? Hö, 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 hö. Da ist schon. Ah, war, ältere Raum, Sascha. Ah, okay. Weiß jetzt nicht, um was geht. Macht ja nichts. Jetzt wisst ihr es eh, gell? Jetzt wisst ihr es eh. Das tut. Aber alles muss man nicht wissen, sag immer, gell? So, der Hänger ist einmal voll. Ah, leer, voll ist er. Ja, selbstverständlich. Ein leerer Hänger ist voll, ja. Dankeschön. So. Jetzt müssen wir den aber unterstellen, weil wenn ich da einstelle, funkt es gar nicht. Du brauchst das nicht aufbestapeln. Oder tust du es nicht mehr? Mach ich. Ja. Sechtern Likes dann. Gell? So, warte mal. So. Ich meinst, ja, habe gerade meine letzten Weizen nachgeliefert, aber morgen scheint es jetzt ruhig zu werden. Also. Ja, ich hab dich gemeint. Klar, glaub ich dich gemeint, wie die Woche war. Stressig oder nicht? Ja. Ja. Ich hab dich gemeint. Sicher. Ja. 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 Weiß ich jetzt nicht. Wir sollten mal schauen, inwiefern irgendwas ist, was wir nachher noch von der Fütterung brauchen. So. Ja. 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 Es gibt solche Tage, ja. 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 Ja, ich muss ja nicht sein. Ja. 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 Heute bin ich ein Künstler, glaube ich. Achso, jetzt weiß ich, worum es nicht geht. Jetzt geht's. Ja. Denk ich mir ja noch, irgendwas hat es da gehabt. Was sagst du? Kein Wort? Bei uns, stressig, nein. Heute war ich daheim, ist nicht so wild. Ist nicht so wild, Ritsche. Bei uns geht es ein bisschen ruhig momentan, arbeitsmäßig und so zu. Also wirklich, fast schon für die Zeit eigentlich ein bisschen zu ruhig, möchte ich sagen. Keine Ahnung, Baumaterialien, wenn ich überall steuere. Ja. Ein schöner dürfte das der meiste Grund sein, warum es immer so ruhig ist. Im September bin ich normal noch nie ein Tag daheim, wenn ich Urlaub werde, wenn ich Arbeit war. Oh, bitte. Alles ist dieses Jahr wieder mal anders. War vorher schon anders und warum soll es heuer besser werden? Oh, pass auf, was mein Lenkraut tut mir schwer. Wo ist mein Lenkraut? Alles. Bin ich besser mit der Tastatur für sowas? Nein. Hä? Nein, nein. Habe ich kein Gefühl. Ja, warte mal. Das stimmt immer noch alles verrückt aus der Welt. Du sagst jetzt ja. Ja, du sagst es. Der hinter mir ist ja wieder keine Schlucht. Du was trinken Niklas oder? Die Gier. Brauchst du das 3 hoch oder was? Ja. Nein, werden wir nicht, oder? Nein, natürlich denke ich mir. Ach so, stellst du das umziehen. Ja, ich glaube da war wieder was. Noch nicht ganz viel. Oder? Oh ja. Da ist ja noch was drauf. Volker! Volker! Boah, aber das gibt doch... Volker! Was ist mit dir? Am Montag haben wir dich gesucht. Was? Danke! Danke! Ritchi, danke! Niklas, schöne Grüße von Ritchi! Danke, Retour! Ich habe da auf Facebook geschrieben. Wir hätten dich dringend begraucht, Volker. Ja, dringend. Wo war er? Wo ist er so lange gewesen, unser Volker? Wo ist er so lange gewesen, unser Volker? Am Montag haben wir sogar einen Stream gemacht, dass wir sehen, ob Steiner kommt zufällig. Ja, passt! Ritchi! Ja, passt! Ritchi! Höhe! 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 Wohin mach ich! Ist da draußen in Minden? Minden, ja. Wie, ja. Minden. Mein Freund, video melding, SOS. Oh, das ist schief. Da war schön, Öfe drinnen, Zähne drinnen, Wahnsinn, supi. Gut Erfolg da jetzt. Ich weiß es nicht, Didi. Ich weiß nicht, dass du das nicht weißt. Da ist er schon. Bin leicht, naja, mittel angeschlagen, habe neue Medikamente, mache mich müde und träge. Ah, okay. Wie war es, von der Ding her noch immer, von Sturz oder was, Volker? Du hast ja den Gips aber gekriegt, die Woche, gell? Oder, was hast du, ich glaube, gibt es das, Glocker? Ja. Minden, ja, ich weiß. Ja, Herr Volker. Ich weiß. Entschuldigung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was willst du denn? Du, ich verstehe dich nicht, tut mir leid. Ja, super. Ja. 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 Aber ganze Woche, nicht gemeldet. Das ist ungewöhnlich gewesen, da haben wir sich schon Sorgen gemacht. Ja, Volker, da bist du ja länger da wahrscheinlich, gell? Ja, zu beiden hast du. Ja, ich weiß, nach dem Livestream, okay? Ja, wird ja einer da sein. Ja, der weiß ja nicht, ist mir froh. Ja, wenn er nicht da ist, dann mal so warten, bis bald. Kann ich nicht helfen. Äh, Gips ist weg und dafür Magen-Darm. Boah. Oh, oh. Ah, nicht so gut. Dies ist dann nicht so gut, Magen-Darm, ne? Eine Sache geht, die andere kommt, oder wie? Das ist jetzt immer blöd. Na, was ist jetzt? Habe ich jetzt eigentlich schon da ausgespielt? Einschalten. Weh. Warum geht es nicht? Okay, warum mag er jetzt nicht? Wenn er es weghebt, bleibt jetzt dann. Dicker, es läuft nicht so umher. Ja. Wie lange hast du denn das schon, Volker? Seit Montag leicht, oder was? Dann halt es aber ganz schön lange auch. Ja, dies ist klar, mir auch nicht, Volker. Dies ist klar, Volker. Ich glaube nicht, dass hier keiner wird von uns, der Jünger. Leider. Den Jungenbrunnen sollten wir noch suchen, alle miteinander, oder? Ah, okay. Die war ja auch. So schief bin ich schon lange da nicht hergefahren, aber ich weiß nicht. Ich würde sagen, wie kommt jetzt mein Traktor wieder her. Jetzt werden wir da mal das ausstappeln. Viel ist nicht mehr drin gestern? Ja. Als du willst, können wir, ich weiß nicht, können wir jetzt gerade abfüllen. ganz schnell. Warte, lass mal reinschauen. Na ja. Da könnten wir zwei, drei Kisten reinhauen einmal. Dann haben sie eh wieder ein paar Tage gemalt. Das ist ja nicht so ein Problem. Warte. Eine passend hätten da alle. Da passen 500 Tonnen rein oder was. Ich weiß auch nicht. Das ist ja... Ich hoffe, das werden sie einmal in 2022 erinnern. Dass man da nicht für sechs Tage in dir führen kann oder in Not vereinstellen. Weil das ist ja... Da hat sich die Chance nicht wirklich, was dabei denkt immer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da möchte ich für sechs Tage herstellen. Ich glaube, in der Wirklichkeit gibt es das nirgends für sechs Tage führen. Ja, da haben wir. Gänte Fußfahren. Wenn wir so... Haben wir bei den Händln zwei Kilor, eine und die sechs... Ja, Jungbrunnen hat noch keiner gefunden. Das ist das. Ja, bei uns auch nicht da herum. Unten und oben nicht. Das hat noch keiner gesehen. Blöderweise muss ich sagen, ist das wirklich die einzige Gabelforste, was da funktioniert. Na gut, dann hauen wir ein paar rein, so zwei, drei, oder? Ja. Wecker könnt ihr eins, gell? Multiplayer? Ja. Super. Ja, ist weg. Ja, habe ich gesehen. Super, habe ich gesagt. Aber das war nicht schlecht. Wenn einer findet, der war gleich der Erste, der was nimmt. Ah. War ich Jungbrunnen? Ja. Na ja. Na ja. Na ja. Hörst du? Wollte kann ich erwähnen, aber Junge muss man bleiben, dass man sich wenigstens bewegen kann, oder? Super. Ehe? Ja, ja. Ich weiß es nicht. Hä? Boah. Warte ein bisschen. Die Rentner. Ja, ich weiß. Ist nichts drinnen nicht, Christian. Ich tue es auch nicht weg. Lau ist da. Das Förderbandl war lau. Jetzt nimmt sie eh auch, wenn es ein bisschen verschoben wird. Das ist ja noch das Gute, gell? Ja. Ja, dann haben wir noch zwei Kisten am Maximum, wenn noch ein Hänger sind. Eine, zwei. 1007 hat glaube ich eine Kisten, gell? Ja. 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 Du hast jetzt eine für den Stall, ich steppe dann eine hintere. Und die letzten drei tun wir dann in den Stall rein, gell? Ja. 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 Zum Glück, Sascha, muss man ja noch länger arbeiten. Haha. Ja, Martin. Das wäre ja wurscht im Prinzip. Aber dann kann man wenigstens bis 60 normal arbeiten. Und dann kann man die letzten 50 Jahre in Ruhe in Pension gehen, oder nicht? Seit Montag Tabletten inzwischen. Warum? Im Krankenhaus, da ich am Sonntag schon Irrung Probleme hatte. Seit Mittwoch zu Hause. Okay. Super. Oha, oha. Na, da hast du dich aber ordentlich erwischt mit der Montag Tabletten, heißt Volker. Bravo. Na, das ist kein Pummel. Na dann wirklich. Gude, gute Besserung, gell? Was heißt Orientierungsprobleme? Ja, wahrscheinlich durch die Tabletten. Ja, wieso? Weil du die Flüssigkeit verlierst. Und du verlierst Flüssigkeit. Und du holst doch keine Flüssigkeit. Hä? Ja, ja. Warte, was ist mit dir? Jetzt hängt die Kisten. Wo? In der Luft? Ich hätte die wieder drücken können. Ja, hättest du sie reingehen können, die letzten zwei. Ja. Ja. Ja, warte, ich hätte dann kein Pummel, ja Volker. Das muss ich aber ganz ehrlich sagen. Dehydriert. Ok? Dehydriert. Ja. Ich glaube da meine ich. Einschalten. Kippen. Schauen wir mal. Enger, leer. Hihi. Aber weißt nicht, zwei Kisten werden noch rausgekommen. Oder eine. Schätzchen wir mal die. Ja. So. Anstehen könnt ihr den auch. Kriegst du ein Ding, oder? Stapelst du es? Nein, nein. Was? Dann hau mir so die Schweine rein, weil die werden sie noch brauchen, oder? Ja. Für die Pohren. Mhm. Ja, ja. Ich hab's gewusst, dass mir die runterfällt. Paulus. Servus. Kriegst du. Schönes Video aus Draht, Paulus. Mit dem Ding. Na, jetzt fällt mir da noch mal rein. Bin ich viel ganz steppert. Geh, geh. 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 Ja, danke. Du schaust mehr Videos wie ich. Nigger sie auf, bitte. Heißt gesagt, Federzink. Servus, Paulus. Besonders. 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 Allein da rum. Was? Nein. Die mag er nicht. Die Paletten oder wie. Hier? Jetzt ist es gegangen. Ein paar Minuten schon. Ich weiß nicht, was da reingegangen hat. Wo? Das ist ja wurscht. Dann hat das für 20 Tage. Wir brauchen einen Tag nicht mehr als 1.600 Kilo, Christian. Wenn überhaupt. Wir haben vorher 13 Tonnen drinnen gehabt. Und jetzt waren noch 2.000 drinnen. Über 2 Tage. Dass es 2 Tage gekriegt hat, oder? Es muss ja nicht immer alles früh sein. Und so hat sie wirklich 6 Tage 0 Arbeit mehr. So ist das klar? Ja? Nein. Ich muss ja noch mehr schütteln. Ah, wir müssen das wegnehmen, Christian. Deine. Ja. 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 Nehmen sie auf. So Volker. Und man. Wenn der Körper zu viel Füßigkeit darauf kommt. Keine Kaffee und Zigarette sehr stark reduziert. Ja. Ja. Ich weiß. Ich weiß ja. Das habe ich mitgekriegt. Ja. So. Da ist Leer. Leeren Sie es da. Ja. Ja. Statt Kaffee Wasser und Tee. Cola. Normal Cola und Soletti. Das hilft bei mir Bombe normal. Bei mir zumindest muss ich sagen. Ja. Und jetzt wenn wir das dann aufladen wird auf den Tierfladen oder? Ich gobe, wenn wir volle Fälle liegen lassen, wirst du dann zurückkommen. Jetzt hänge ich. Ich hänge im Pfarrer. Joel, der LS19-Spieler. Konisch. Konisch oder komisch. Joel, der ist neust, oder? Du hast mein komisch. Nein, Kohl ja nicht. Ja, das habe ich gegessen, aber da steht dann konisch. Das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Du, morgen Abend ab 6.00 Uhr online OC. Okay. OC. Das weiß ich jetzt nicht, wenn er meint. Martin. Martin, okay. Marvin, die haben mich übersehen. Marvin, servus. Wo ist er? Bei Schreiben ist er. Marvin, grüß dich. Maria. Habe ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Habe ich schon so eingemacht um dich. Hallo, es wäre nicht auch nicht schlimm. Okay. Okay. Warte. 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 Wie die übliche Frage. Marvin, ich weiß noch nicht, ob er ein Unfall passiert. So. Warte mal, wo hast du den Hänger hingestellt? Du willst ihn her, dann kann ich es aufladen, Christian. Dann haben wir eh nachher wahrscheinlich das Riker zum Gruppen. Und eine Arbeit haben wir gemullt. Was heißt, wir haben keine Arbeit. Anhänger. Anhängteam. Einer höher. Aja. Ah, nein. So. So. Na komm mal da. Mach auf. kommst du morgen live wen meinst du Marvin ja ich muss jetzt noch fragen normal schon achso morgen keine Ahnung möchte ich sagen weil der Christian ist ein normaler Einglund von Burmommat jetzt keine Ahnung wenn die heim finden aber ich werde aufgefahren dort ich weiß nicht ungefähr was wenn er ein paar so Donner und Blitz verursachen dort dann ist er eh schnell daheim ja Christian dann kommt er eh schnell daheim hat Fronja gesagt ob ich schnell daheim bin weiß ich nicht ja auf YouTube ich weiß schon 1119 Marvin ich hab's schon gewusst ich weiß jetzt nicht es kommt drauf an jetzt morgen wie der gute Christoph Zeit hat ob jetzt am Abend so wird sich gut gesagt wird sich weiß sein wo wovorst nicht sind zu dir wieso bitte gerade vier vorgefallen gut gut Niklas, ein bisschen leiser, der ärgert sich da hinten mit einem Multiplayer gerade. Aha, Niklas, können wir den nicht irgendwo her? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das ein anderer ist. Aber wieso geht sich das jetzt nicht aus, sag einmal. Niklas, dann hör auf damit. Nein, das ist kein anderer, das ist der gleiche vom letzten Mal. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist der gleiche. Super. So kriege ich das jetzt nicht aufhören, das war aber der Oma. Ist der geschrumpft, sag einmal. Ich weiß nicht, österreichische Post. Aha, bei der Post, super. Super. Moin im Bäcker. Luca. Servus. Luca, Luca Swim. Servus, grüß dich. Den haben wir, glaube ich, schon einmal gelesen. So, jetzt kann ich das da umrutschen ein bisschen. So, geht schon, hängen sie nieder. Ab die Bahn. Morgen im Back. Yes. Genau. Das ist immer gut. Nein, aber den Namen habe ich schon gelesen, Luca. Das weiß ich ganz genau das letzte Mal, weil mein Junior-Chef heißt nämlich Luca. Dafür habe ich den gelesen. Das war das letzte Mal drinnen. Ich glaube sogar am Montag oder am Sonntag. Christian. Ja. Vielleicht ist er dein Chef. Nein. Ob er möglich ist. Der Junior. Aber der schreibt nicht Moin in. Luca merke ich mir aus dem Grund leicht, weil ich mir da... Warum hast du nicht mehr 140 Follower? Ja. Keine Ahnung. Ist ja so. So 140. Mal sind es 138. Warum? Wird langsam. Wir sind noch nicht so lange da. In der ganzen Szene, Luca. Das ist schön. Wir sind erst ein paar Monate unterwegs. Aber das macht nichts. Aber das ist schön, Luca. Warum nicht? Das soll langsam wachsen. Mehr oder weniger. Und alle finden das Ganze nicht gut, was man da macht. Sprich in Mundart und mit den anderen. Aber danke für den Like. Aber alle finden das einfach nicht gut. Aber man kann keinen zwingen. Und Reisende soll man nicht aufhalten. Es ist aber immer schön, wenn jeder da drin bleibt. Sehr wichtig. Wenn sie da schreien miteinander und solche Sachen. Das sind ja oft wichtiger als mache andere Sachen. Sicher man gefreut sich. Haben wir eh schon hundertmal diskutiert. Brauche ich nicht immer wiederholen. Jeder gefreut sich über Abos und Abonnenten. Und sonst ist es klar, wie die Reichweite größer wird. Und die Anerkennung hin und her. Wenn man eine Runde hat, wo da nicht geschrieben wird. Wo da alle miteinander sind. Ist für uns sehr viel Werder. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Für Martin. Dieser Dialekt ist so perfekt. Ja, wissen wir. Dafür haben wir es auch. Das ist halt unser. Ja. Ja, Paulus. Danke. Wir werden weitermachen. Paulus, warum sollen wir nicht weitermachen? Ja. Aber das ist so. Wenn ihr uns aber ärgerst, macht man eine Pause. Wieso ärgert ihr keinen? Grünen Christus heute ein bisschen grantig, glaube ich. Der hat viele Rosen gemacht. Und ist zum Mittagsschlaferl nicht gekommen. Ich habe zu viel Grünzeug gesehen, ja. Grünzeug, ja. Aber kann kein trockenes, gell? So. Das kann ich einfach weggeben. Das brauche ich eh nicht. Nein. Entweder du hast den Stein, gibst das einfach zurück. Ist gemittet normal, gell? Gibst das einfach zurück. Und dann, wenn wir schauen, dass wir jetzt die... Was haben wir denn gehabt? Das Hintensfeld, was wir getan haben. Solltet man wahrscheinlich... Niklas. Ich dreh da. Ich muss einmal kurz. Ich muss einmal kurz dahinter gehen. Zwei Sekunden. Ja, das gehört gepflückt. Bis dann? Finde mit Stein? Ich stehe wieder. Ich bin ja wieder. Schön, Paulus, dann tut es. Es wird auch gemacht, Kommentare, Beantwortung vom Video. Vielen Dank. 12 Zuschauer um 19 Daumen hoch. Sehr gut. Ich bin ja wieder. 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 Ja. 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 einen Hof links raus, da wo die Tankstelle ist, vorbei und unten bei der Wirtshaus rechts und du kommst genau hin. Wir sind nicht so heimgefahren, Christian. Ich habe mir das nicht mehr gemerkt. Merkt man das nicht. Ich muss auf der Tankstelle vorbei fahren. Na ja, hohe wird früh. Na ja, sicher, sicher. Bei der Tankstelle, was da jetzt bei uns ist, da muss ich vorbei, nein. Ja, Christian, Christian, wo bist denn du jetzt? Du fährst links, links, links. Ja, ich fahre bei der Tankstelle. Links, dann hast du die Tankstelle dort und dann fährst du den Weg entlang 64 und kommst genau hin, ganz genau, ja. Ganz genau. Ah, Marvin, wir essen. Was hast du denn kurz gegessen? Da war der kleine Typ da hin und hier. Der wird er klar. Ja. Servus, Thiel. Thiel, hallo, grüß dich. Der Christian lässt heute schon alle wie ich anscheinend. So. Geht schon wieder weiter. Dann müssen wir kurz umschalten. Fisch. Schön. Na ja, Freitag. Na ja, Freitagsfisch. Fisch. Was kann Fisch? Vielen Dank für den Like. Volker, du auch noch da? Ich sehe nichts. Warum nicht? Kleckige Scheinhaft. Ja. Was? Ja, weiß ich nicht. Dann probier's vielleicht. Er hat den Namen geändert. Wenn er wieder kauft, gibt keine Rechte, Herr Nikas, dann könntest du nicht alles kaufen und Räume hinstellen. Dann geht's schon. Ja, 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 ja. Ein paar rot weiter und dann rechts. Hallo. Ja, klar. Ich muss nur ein Foto anschauen. Nicht jetzt von LS. Ja. Privat. Ja, stimmt. Alles klar, aber klar. Was? Was aber klar, Volker? Ja, ich hab schon mehr, ob er da ist und ob alles gut geht. Obwohl es gut ist. So. Geht. Wollt schon wieder einmal. Ist ja nichts Neues. Barbaria King. Genau. Unfall. Du haust recht. Jetzt kommt die auch auf. Die kennen uns schon langsam. Die kennen uns schon langsam. Das muss ich noch mit aufgefahren. Dann werden wir hierher stehen. Warum griselt das halt bei mir so? Keine Ahnung. Oh oh. Was ist? Ja, weißt du, weil die Kartoffeldinge wahrscheinlich noch liegen. Weißt du, was ich meine? Die Partikel. Das tut weh in dir. Ja. Mal schauen, wie die VCA eingestellt ist. Einmal Tanz. Geht sie raus? Ja. Gehen wir dazu. Passt. Da. Die Triebe. Manuel. Jawohl. Barbaria King. Da hast du recht. Ich bin nie schuld an einem Unfall. Ich nicht. War nicht schuld, sondern es sind immer die anderen. Du hast recht. Ich bin nicht schuld. Egal wer mitspielt. Egal wer mitspielt. Ja. Aber es ist jetzt gemacht. Nichts ist nicht schlecht. Ja. Abzenden. Ja. Aber das macht mir nichts. Nichts. Ja. Ja. Der hat eben in den Namen geändert, dass er wieder reinkommt. Der eine warte. Ja. Ja. Ist halt schwer, wenn ein 7-Jähriger gerne spielt und dann ist er froh und dann kommt sowas rein und zerstört einem das Spiel. Das ist halt nicht gut. Das ist halt einmal so. Das kann man nicht ändern, oder? Aber immer solche Ähnigen. Ja. Es gibt immer solche Ähnigen. Ja. Den hat er schon ein paar Mal drinnen gehabt. Dann ändert er einen Namen und dann macht er das gleiche wieder weiter. Na ja. Was soll man da im Prinzip sagen, oder? Gar nichts. Hallo, RB. RB Agras, servus, grüß dich. Den habe ich noch nicht gelesen. Wo ist der? Jetzt kommt er. Der ist Marvin. Den habe ich bei uns noch nicht gelesen, oder? Aber jetzt sind schon zockt. Wie mache ich es mit da, dass ich da mache es mit? Ja. Der, der ständig drinnen ist. Ha? RB Agrar. Oh ja, blödsinn. RB Agrar war es letztes Mal schon drin. Bin däppernd, ja. Das ist ich ja. Ja, sorry. Jetzt habe ich mir ans Bild kurz erinnern können. Jetzt habe ich mir ans Bild erinnern können. Das ist der, was das Bild aussagt, was für Traktore sie am Hof haben. In real. Stimmt's? Sorry, dass ich nicht gleich Geld habe. Dankeschön für den Like. Sorry, sorry, sorry. Ich bin der Fritz. Ich weiß, dass du der Fritz bist. Ich weiß. Aber ich, Trottel, habe mich verlesen gehabt. Letztes Mal hast du nämlich anders geheißen. In der Garten, gell? Und kannst du ja schon wieder ein Ding, gell? Ah, Abonnent ist dazugekommen. Fritz. Fritz, wann fangst du mit dem Bier? Heute schon? Jetzt schon oder später? Ich werde mir Zeit lassen an deiner Stelle. Weil der... Nein, ich bin jetzt ganz schnell. Der Luca hat gefunden, dass wir einen guten Dialekt haben und warum wir so wenige Abonnenten erst haben. 140 hat er gesagt. Das stimmt nicht ganz. Das sind noch immer... Nein, eben, geh runter. Das sind noch immer 138. Martin! Wir werden dann nachher auch, während wir es drinnen bleiben, gleich einmal kurz umschauen zu einem Rheinland, gell? Der macht, glaube ich, 8, 500er Stream. Stimmt das? Habe ich da richtig gelesen? 20 Uhr. Ja. Oder 20 Uhr, um genau zu sein. Ich habe die Uhr aktiviert. Ich habe die Glocke aktiviert. Immer wenn ich drin bin, magst du mich das? Ja, äh... Das ist unser Marvin. Das ist so. Ritz, das ist so. Das ist der Marvin. Einfach sagen, wir fahren mit dir. Wir fahren mit dem McCormick. Wir fahren mit dem Steirer. Wir fahren... Ja, 20 Uhr. Okay, ja, passt. Ich habe es gelesen, ich war mir jetzt nicht sicher. Marvin, mit dem Antrag da fahre ich sicherlich nicht. Ich hätte gerne eine Live-Schaltung umgebracht. Aber leider habe ich das jetzt noch nicht ganz kapiert, wie das funktioniert. Aber solche Sachen werden auch nochmal bei mir irgendwann funktionieren. Was? Was kannst du denn? Nix gestern. Eine Live-Schaltung dann einmal machen kurz. Keine Ahnung. Ja. Ja, der hätte jetzt nicht den Richtigen gefragt. Ja. Ja. Technisch gefragt bin ich ein Hammer, ja? Ja, der hätte ich den Richtigen gefragt. Die... Die... Die ganzen... Die ganzen Gameboy-Bubben-Jungs und Mädels haben sie die Woche mitgekriegt. Ja, ja. Und außerdem noch einmal einen recht herzlichen Dank für das alles. Jetzt wisst ihr, was ich alles meine. Super. Und super funktioniert der Weimar. Dankeschön. Ich will nicht immer alles im Livestream-Bratreden. Aber wisst ihr, was ich meine. Einmal recht herzlichen Dank dafür, Jungs. Ach so, die darf ich ja nicht nehmen, die Sammaschine. Möchte ich, Christian? Die, was ich da habe. Warum? Dann können wir ja Eis nicht anbauen. Nein, es wäre nicht schlecht, wenn wir Mais anbauen hätten, ja. Die wird dann aber unten einmal da gewähren. Einmal am Schluss. Didi, du hast deinen John Deere 750 Premium. Du hast dir das gemerkt, Marvin, was mein Liebling ist, ja? Du hast dir das gemerkt. Aber momentan bin ich ein bisschen auf die Runden gefängt, weil... Nein, für die John, ich habe ja noch nicht die Schnauzen viel. Aber wir spielen sie immer Samstag, Sonntag normal auf die anderen Webs. Jetzt habe ich mich da halt einmal eh schon für eine Vibe. Ein bisschen für die Vario entschieden. Sind sie auch. Dankeschön für ein Like. Fahrrad sind es mittlerweile, Jungs. Heavy. Super. Luca, bist du noch herinnen? Wenn ich frage ihn, glaube ich. Ist dir doch ein bisschen schwer, dass du noch ein Stückchen anbauen kannst, gell? Ich bin gerade am Weg. Ach so, okay. Ich sehe ihn nicht, weißt du? Weil der geht noch mit 10 kmh, weißt du? Die Flüge und die Tiefen lockerer, gell? Danke, Marvin. Anwart, anwart. Von dir der Like. Dankeschön. Dankeschön. Das muss man sagen, Marvin, man sieht das nicht, von wem der Like ist, gell? Man denkt noch immer gerade, der was reinkommt, frisch. Der letzte. Bei denen ist er eigentlich, gell? Dafür ist das immer ganz leicht, machen wir es mal dann zum Sagen, gell? Dafür schreibe ich immer eine bei der anderen Like ist da. Ach so. Ja, eine ist auch walsch. Hoppala. Was gekauft oder gespeichert? Wahrscheinlich gekauft. Nein, gespeichert. Also gespeichert. Okay, ja. Bei mir auch. Aber das macht nichts. Das macht ja nichts. Na? Jetzt muss man da wohl nicht aufmachen. Aber jetzt geht's wieder. Ha. Paulus, danke. Ha. 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 Mach mal. Ha. Also ha. 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 Da. Ha. Auf das Video, was ich auch gemacht habe. Das Wiedending. Habe ich mir angeschaut, nämlich Vormittag. Also nein. Z Mittag irgendwann, wenn es herauskommen ist. das haben sie aber gut gemacht muss ich sagen hat mir gut gefallen oder bist jetzt in salzburg wir sind jetzt in salzburg okay wer ist wir hat er nicht an hof ja aber das ist letztes mal hat das noch einmal richtig sagen können weil dann hat er schlafen gehen müssen dann waren sie zu schnaps was du erinnern kannst jetzt den uhr der maike wird auch bald antanzen du hast es letztes mal gesagt fritz das war das sind salzburg seizia jetzt hat man mitgekriegt mit 320 bis am 5.16 ab da schauen die bierzylinder oben bei der mutterhaum aus da kommen die heberl oben raus mein papa und meine mama wird haben den hoch verkauft und einen salzburg gekauft ah doch so jaja das habe ich mitgekriegt aber er hat nicht mehr gesagt wer weißt was ich meine uns ist er wann ist das zustande gekommen hier zuerst oder schon etwas länger den hof verkauf und kauf wirst wie man es traut dankeschön für den like 23 in den hat er kurz reingeschaut mit 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 tieren oder ohne tieren mit mit tieren oder ohne tieren naja das kauf man ja 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 ich habe nichts gesagt ja stimmt ja nur höfe ist ja logisch aber bei 11 wo ist du äh pritzst du disquad Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe mir gedacht, wir haben einen Kalkstrahler. Naja, muss ich mir seinen Kleinen kaufen. Was? Weiß ich nicht. Wo habe ich mir gehalten? Ich glaube eh nicht, den haben wir noch nicht genommen. Kunstinger Strahler haben wir gekauft. Weil oben den Kalkstrahler möchte ich jetzt nicht nehmen, weil dann kann ich wieder Lohn einstellen und dann vergisst man wieder. Nehmen Sie ihn gleich, es ist eh wurscht. Irgendwas wird ja sowieso schon fertig sein. Müssen wir sowieso mal schauen, was dann schon fertig ist. Wir sollten eh mal Mais trischen, wenn wir einen hätten. Die Küche haben mal ein bisschen was reinkriegt, weil was fällt denn denen noch? Alles. Nein. Kann nicht alles fallen. Wo nichts noch drauf ist, das meine ich. Du sagst immer, alles verdienen. Ist eh was drinnen. Auch wenn sie rot sind. 1.000 Kilo haben sie zum Beispiel von Frisch-Mais, Glee oder Gras. 1.000 Kilo. 4.000 Kilo haben sie von Mais, Weizen oder Gerste. 5.000 Kilo haben sie von Sojabohnen, Raps oder Spannenblumen. Das einzige, was sie am meisten haben, sind Kartoffeln mit 15.000 Kilo. Also sie haben alle vier Sachen im Moment drin, oder? Das meine ich. Aber alles dunkelrot. Ja, ist klar. Rot, dunkelrot. Dunkelrot. Das ist bei ihm immer so, wenn bei ihm nicht alles angefüllt ist, dann ist es nicht, gell? Nur wenn es ein Orangen wird sein, dann. Die Küche. Ja. Da hast du aber gestern die Hände rein gehört. Da brauchst du, bis jetzt gestern brauchst du eine Kostschule. Mhm. So. Jetzt haben wir mal dann. Opa. Jetzt waren wir geblieben. Jetzt waren wir bald gegen. War einer nicht gesehen von lauter Lesen. Was gefällt dir? Du brauchst du. Ist das Druck? Ja. Ist das Druck? Ja. Da hört man hinten fleißig reden. Ja, wahrscheinlich ist das falsch, oder? Ja, sicher ist das falsch. Na gut. Ich hätte gewusst, ich muss das Boot weiter. Oh, macht ja nichts. Wenn sie einfach baut, kann ich mich auch verfahren, oder? Nein, ich bin nicht richtig, du Scheuer. Du bist ja nicht auf der Flucht. Ich bin ja auf der Flucht von Maike. Volker, hast du vorher verstanden, was ich gemeint habe mit den Wänden? Ich muss das blabst. Also das ist das Scheuer. Warum? Und warum schrecklich? Ich bin ein Dreckszahn. Ich bin ein Kroger. Ich bin ein, ich bin ein Kroger. Um das zu verstecken. Ach ja, ach ja. Hörst du doch nicht. Hat dieser schlecht gelaunt, der Herr von Deutschland. Das muss reichen für das kleine Fötter. Das muss reichen. Okay, das muss schon was durchschauen. Was? Ja, im Kanister nicht mehr anklären will. Für was? Für was soll ich den Kanister mitnehmen? Zum Tanken. Du bist auf drei Tannenstern gerade vorbeigefahren. Drei. Und, hast du tankt? Er hat keinen Maisfluss, nicht drauf. Ja, welche Map spielst du, Volker? Ich weiß. Die Walschen. Aber da brauchst du es normal nicht wenden, dreimal. Aber es ist normal nur mit Maisfluss in Verbindung. Ja, das ist was Schirks mit den Anhängern, mit der Hand ist viel interessanter. Ja, Christian. Ja. Ich sage es. Geht schon. Ja, der Hand ist viel interessanter, weil du immer schimpfst, wenn es nicht geht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass der auf der Talbach das einbaut hat, das kann sein. Volker, das ist schon leicht möglich, dass der Talbach mit dem das einbaut hat. Talbach haben wir sogar gespielt, was da. Jetzt habe ich über einen Blinken, jetzt habe ich einen Blinkerhebene gefahren. Ich bin schon ganz deppert. Ja. 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 Hast du gesehen, dass es von vorne ist? Nein. Ich nicht. Nein, nein. Ich habe wieder ein paar Mal gespielt auf der, jetzt fangen wir wieder. Wenn wir dann wieder eine Woche nicht stehen, das war dann wieder schlimm. Dies war dann wieder schlimm. Aber jetzt ist es kein Problem. So? Nein. Shit. Warum? Ich kann es einbaut haben auf der Talbach. Ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, aber ich mache mein Papa und sein Prinzip. Nein. So lassen wir es nicht einschütten. Jetzt geht es. Eure Karte zieht auch krass. Sieht auch gerne. Volker, das sind die Walchen, die wir immer schon spielen. Nur habe ich den Hof umgebaut, ein bisschen da. Oder haben wir umgebaut. Das ist egal, wie man es sagt. Denn das Ding haben wir unten ein bisschen umgebaut. Weil das war immer ein bisschen zu langweilig beim Maschinenring dort unten. Und das ist eigentlich die ganz normale, die Walchen. Und da oben haben wir auch ein bisschen umgebaut. Und da oben haben wir auch ein bisschen umgebaut. Da oben haben wir auch ein bisschen umgebaut. Ich werde das jetzt nicht mehr als du willst. Wieso hast du dich damit ein quer? Du hast am Schluss rum. Ja, das ist total leichter. Warum? Das heißt, das macht ja nichts. Du brauchst ja nicht bis zum Schluss fahren. Du kannst ja nachher rumfahren. Kartoffeln? Was? Mais. Mais, ja. Warte, Niklas, ich kann jetzt nicht. Ja. Er nennt bei der Goldschmauer. Ja. Ja, passt schon. Warum nicht, Niklas? Ah, da war der Goldschmauer. Muss ja doch noch schauen. Ich weiß, welche Karte das ist tatsächlich. Aha. Aha. Du hast es noch nicht gemacht, die Walche. Schau her. Mit die liebe Gute Bergmap. Ich pfele wahnsinnig gern, weil es ist da irgendwie noch, es ist halt ein bisschen steiler. Die Felder sind ein bisschen zu klein, es ist halt ein bisschen... Ja, aber jeder hat den anderen Geschmack. Das haben wir eh schon hundertmal diskutiert. Das Ganze. Da jeder hat da irgendwie einen anderen Geschmack. Die Luftwurst und tun auch hin und her. Ah. Geht schon vorher. Geht schon. Ja. Geht ihn schon. Aha. Marvin ist schon wieder fertig. Er geht schon wieder Vorzeuge verteilen. Ja. Toggi doki. Ich fahre alles, was man gibt. Puh. Das wird ein bisschen hintereinander fahren. Ich würde mal kurz eine rauchen gehen und dann kann er mir eh zuschauen. Bisschen dich hinzummen. Dann sieht man ihm, was er anstellt. So. Ich bin gleich wie der Tata. Kann sein. Ja, so muss ich mir auch noch holen. Was sagst du es dann? Nein, mit der Frone habe ich gekriegt. Also. Ich bin gleich da. Komm her. Das geht. So, bin gleich da. Ein paar Sekunden. Ja. Aber drauf fahren bin ich nicht mit dem Laufen. Genau nicht. Ja, ich war das. So. Ja. Ja, jetzt ist das zurost. Ja. 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 Ja, ich bin gleich da. Ich bin gleich, wir. Ich bin gleich das. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. 1, 3, 3. 1, 3. 1, 3, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. 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 Jetzt kommt weiter von da. Wie geht es mit euch? Hier werden Sie nicht der Hand. Mhm. Das wird dann sowieso geschloss. Warte. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah, ist der Steirer schon ganz scharf. Boah. Wieso heutzutage so anständig, Maike? Jeden Tag hat man anscheinend nicht so einen Tag, dass man so. Christian, ist heute ein bisschen ruhig? Der hat zu viel Rosen gemacht heute. Der ist heute ein bisschen ruhig, jetzt träumen wir ihn nicht so ein bisschen. Das ist ein bisschen aggressiv. Ja, war ein Scherz. Ich sage mir heute nicht, Maike, weil. Blattflinken ist gleich durchgelaufen. Wieso bist du heute... Das ist ein Rietze heute noch der Buah, wie vor der Sorge. Achso, okay, das habe ich nicht gehört. Entschuldigung. Brani hat eh schon geschrieben. Achso, okay. Aber die sind ja wahrscheinlich unterwegs, ne? Ah, okay. Naja, kann nicht sein, gell? So. 78 haben wir auch abgeerntet. Und nicht angebaut. Da war viel gedüngt. 72. Nicht angebaut? Nein, haben wir nicht angebaut. Das ist nur gegrubbert. Nicht angebaut, Christian. Das sind die Vierertag zum Koma angebaut. Warte mal, nochmal schauen. Vierertag, nein. Ist auch noch gegrubbert, auch nicht angebaut. Na, Alter, was ist mit uns? Das einzige, was angebaut ist, ist Vierertag. Vierer 60er. Und da haben wir vergessen, was ich da so sehe. Ja, das kann ich ja fahren, das ist kein Problem. Achso. Ja, mit was für Rappen. Ach Gott. Zwar nachher noch LS zocken, aber nicht mehr am PC, sondern heute Konsole. Ah, okay. Achso, ja, genau. Ich spiele es ja auch mit Konsole und auch mit PC, ja. Ganz genau. Oh, ist der schon ab? Hau, hau. Ist der Gränschorf. Ich habe gerne einen Gränschorf, aber der ist ein Wahnsinn. Boah. Aber der ist der Gränschorf. Für mich ist der Opfelsauer. Ist eh fast das Gleiche, oder? Ja. Viel Unterschied. Ist es nicht. Boah. Gut. So, da. Was hast du alles gesagt? Ich glaube, wohin möchtest du, dass unser Eblick wird dann irgendwo in der letzten Zeit. Ich merke es. Das 64er müssen wir sogar noch ein Kalk drüber haben, aber das wird nicht mehr gehen, weil da sind wir schon in der letzten Phase. Das heißt, da kommen nur mehr Dünger an. Und da gehört aber umgebaut. Und das 78er gehört noch angebaut. Ja, wenn ich nicht baue ich 78er an, willst du dort ein Dünger oder wir, oder willst du anbauen und diese Dünger oder... Ich baue ja überall ein Kalk drüber sagen. Ja. Jetzt haben wir einen 64er haben, einen Kalk drüber drauf, weil wir werden dann Silage machen. 64 ist angebaut, Christian. Es ist schon dunkelgrün. Es ist kurz vor einem Reitbeeren. Aha. 78 gehört angebaut. 78 und 84. 84, 78 gehört angebaut. Okay. 78. Martin, danke, danke, danke. Wir schauen sowieso einen Sprung dann später rüber. Ich weiß, du bist sicher drüber bei ihm. Wir schauen auf alle Fälle rüber. Einen Sprung. Und Dankeschön für das Reinschauen. Tschüss. Ist es war der Siebste? Was ist denn das? Grat entfernen. Ja, das ist ein Ding gewesen. Das haben wir vergessen. Das war das, was wir probiert haben, ob das überhaupt geht mit den Ganzen. Kannst du dich erinnern? Das ist wurscht, dass das eine fällt. Aber es war nur wichtiges 84. 84 und 84 und 78. Ja, der Martin geht wahrscheinlich rüber. Na klar. Man weiß. Gut, dann fang ich einmal an. Pass auf. Was will ich denn das tun? Weil ich muss einem inzwischen heimfahren. Wieso? Weil der noch ein Verfassungsvermögen hat für 380 Kilo. Ja, weil ich nicht mehr auf den Hänger auf den Hänger aufhören habe. Da haben wir nicht irgendwo den kleinen Hänger schon stehen. Nein, gell? Oh ja. Ja, aber den kannst du nicht anbauen, Christian. Du hast den verkehrten. Ich mir denke, du willst den anderen nehmen. Den kleinen, den man die Wandel anbauen kann. Von dem kann man es ja glaube ich nicht, oder? Wer steht hinten? Mal schauen, aber ich glaube, bei den Kippern geht es nicht, bei den Kippern, gell? Ich weiß nicht, wo er steht. Aber bei den Kippern geht es nicht. Nein, da gehen nur die Rappen. Ich weiß nicht, was ich meine. Ich hab glaub, du willst dein Ding hast genommen. Da hätten wir ihn umbauen können. Äh. Einmal? Aha, okay. Vielen Dank. Gut. Okay. Willst du dir das erkennt? Was? Nein, der geht nicht. Der geht nicht. Der geht nicht. Ich hab's ja gesehen. Ja. Gib den Weg und tauschen aus. Ja, das würd ich eh machen. Ich fahr dann um mit Tauschen aus und hau das Sattgut und den Düngerhalt auf. Ha? Und dann steh ich ihn hin. Okay? Weil wenn ich den Weg ergib, kriegen wir eh einen anderen günstiger. Von der Seite her. Ich nehm aber nur einen kleinen Standort, weißt du? In Strautmann, gell? Nur ein Schilder. Weil der reicht. Also. Der reicht für das Ganze. Dann hau ich die Dinger drauf und fertig. Genau so anders machen. Ah. Und so in meinen Kunstdinger Strahler. Das brauche ich. Oh man, das eine. Na, ich seh nur, ob dein Einfeld war im Prinzip, gell? Baust du kein Gewicht für den, geht dir das auch nicht gewicht aus? Das hab ich ja vorstellen. Ach so. Ich hab nur gemerkt vorher. Habe ich da. Um 25 gleich. Dankeschön, Jungs. Danke. So was von geil. Der ist keine Scheiße. Bremschen, bremschen. So. Wie viel hab ich denn noch drin? 186 Kilo. Aber Christian, ich werd ihn gleich in kleineren umbauen, gell? Oder? Weil du fährst jetzt nicht mit deinen ganzen Zeit, oder? Ja. Das darfst du die Pflege raufen, weil du kannst ja noch mal Pflege reinfahren. Und überhaupt da eine Werkstatt? Nächstes Problem. Na. Da ist ja was, ich stehe vorher in die Werkstatt hin. Gibt's ja sowas. Ich muss selber einen Händler vorbei arbeiten. Ich komme hier hin. Okay. Und eine gerne auftanken. Ja. Ja. Ist ja klar. Na klar. Muss aber so, dass es mir eine große Freude euch alle kennengelernt zu haben. Ja. Ja. War. 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 Achso, ich hab ja gesagt, den Kunstinger-Strauer nicht mehr mit den Depp. Naja. Peter, du ziehst da heute. Wieso? Weißt du nicht, wie ist der Bechersfeld und ich vergiss den Kunstinger-Strauer geh daheim? Naja. Schau mal, ob der, äh, geht's dir das aus? Ja. Geht's ja aus. Was hat den heute mal waschen können? Na, wurscht. Aber ich hab ja mal irgendwo, na der hat keinen, nein, ist falsch. Irgendwo hab ich mal gesehen, der hat hinten eine Anhäng, aus der Anhäng-Vorrichtung, gell? Hallo. Äh, Wolfgang Kumin, servus, grüß dich. Ah, gleich danke für ein Like, weil es der 25. hergesprungen hat. Das ist leicht zum reagerieren, was dann war. Alles okay, Wolfgang? Und jetzt wird's ja und ich auch. Wasann ist der? Du bist der im Klang? Du bist der im Klang? Wie bist du, ich bin der im Klang? Du bist der im Klang? Du bist der im Klang? Ja, also im Klang? Ja, ich bin der im Klang? Ich habe mich gerade eingebremst, dadurch ich umgeschaut habe, habe ich mir gedacht, das geht noch so weiter, aber ja. Aha, Verkehrsschutz ist kein Hindernis. Die Multiplayer geht in Ding, sind sie nicht durchgefahren bei Singleplayer, gell? Nein, Singleplayer sind sie. So hört es noch, Ding Ding. So, du brauchst jetzt mehr mit dem Saatgut und Ding nachher wahrscheinlich, gell? Ja, Dünger habe ich tausend Kilo drin. Dünger wird sicher ausreichend sein im Jahr, gell? Ja, super. Alles Paletti, Wolfgang. Uns geht es ganz, ganz gut, hoffentlich zur Zeit. Volker, du bleib mal hier drin, bitte. Wir brauchen dich heute noch. Dringend. Hast du mich gehört? Volker, schreiben an Christen. Ja, glaubst du, das geht so schnell, oder wie? So, Zeitverzögerung. Ja, Kollege. Boah. Billingspflege. Was hat denn der da? Standard. Oh ja, oh ja. Man wird dieses. Ja, ja. Naja, gut. Doch in 11 hat er gehabt. Der schaut aus. Naja, wurscht. Furchtbar. Dann wird's dann schlecht. Ja, was soll man machen? Ist er dann? Auch wenn's dann noch so schlecht wird. Ich brauch den Pflegeraffen. Du, in Griechen, mach den Traktor kaputt. Nein, ich mach ihn nicht. Die, die macht ihn, schau. Schau, was da mit dem Traktor aussieht, Marvin. Gut fahr mit ihm, gell? Drei bei ihm. Wie gesagt, Walfner, bei uns alles. Alles bei Leuten da. Ein bisschen müde irgendwie, ein wenig. Aber sonst geht's ihm ganz gut. Aber interessant. Ja, Gartenarbeit, mehr oder minder. Und solche Sachen fertig gemacht. Volker, wie gesagt, Christian hat's euch gesagt. Schreiben. Ja, Christian. Nein, Christian. Bin da, Christian. Ja, da ist er eh. Ja, der hat wieder den starken Hölf rausgemacht. Ich hab den nicht mitgemacht. Was heißt denn? Keine Ahnung. Jetzt hab ich ein Baum rausgemacht. Du bist am Baum gefahren, oder was? Nein, mit einem Baum bin ich gefahren. Und jetzt fahr ich beinahe im Fluss. Jetzt fahr ich mal wieder mal rum. Kriegst Marvin und ich ziehe das nicht, ha? Das ist ja eine Katastrophe mit mir, ha? Dünger brauchst du keinen, hast du gesagt, gell? Aber ich werd einen auch aufgehauen, den Dünger. Weil mit dem fahr'n wir ja dann sowieso nachher rauf. Am hoch, gell? Weißt? Wir haben ja zwei, zwölf, andere zum Baum bauen. Also wir werden schon einen brauchen. Passt der rauf? Ja, der quer. Was? Ich bin die Pflegereifen, die mag ich nicht. Mag ich nicht. Mag ich es nicht. Christian, noch kein Unfall? Nein, dabei hat er eigentlich heute noch keinen gehabt. Wir haben ja angefangen mit den Kartoffeln, Volker, heute. Auf die Paletten, da war das so noch nicht. Ich weiß, ich mag es auch nicht, aber wir brauchen sie. Sekunde. Volker, hast du jetzt uns verstanden, was wir gesagt haben? Wir brauchen den Nogen-Stream. Wenns geht, bitte. So, was? Was hat schon wieder? Ob er jetzt uns verstanden hat? Ja, er hat jetzt eh verstanden haben. Irgendwann wird er es ja verstanden haben. So. Dankeschön für den Like auf alle Fälle. Irgendeiner. Hat noch geliked. So. Wichernfeld bist du jetzt hingefahren? 70, glaube ich. Genau, 78. Ich spiele heute Joachim. So, da. Und bei der Tankstelle rechts auf. Okay. Oh, da. Ah, da, da. Wieso spielst du nicht Joachim? Er hat vorher in Gras. Spielst du aber nicht Moachim? Joachim. So, von der Tankstelle rechts auf, was ist das? Ja. No! No, 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 no! Da sind die Rappen zu dünn. Da sind die Rappen zu dünn. Ja, aber da wirst du wahrscheinlich rausgekommen auf den Feld, gell? Ja, ja. Ja, da bin ich schon hergekommen. Ist ja egal. Volker, lag gerade aufs Toilette. Ja, nein, ich hab gesagt, Volker, bevor du gehst, sagst, wir brauchen die nämlich heute noch. Wir müssen den Discord kurz miteinander sprechen. Dringendst. Ja, dringendst. Dringendst. Ja, ist schon gut. Noch mal, dringendst. Ja, ist schon gut. Dringendst. 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 Ja, genau. Jetzt muss ich schauen, wo ich hingehe. 64er. Boah, wer hat doch die Map. Geht klar. Sehr logisch. Hier tut vorn? Ja, vorn mal so. Fahr mal zu da. Es gehört auch, wenn wir wenigstens hin. Das wäre anders. Ja, momentan, schalt mal um. Was soll ich umschalten? Das habe ich jetzt nicht kapiert, Volker. Was willst du umschalten? Der schreibt manches Mal auch in Rätsel. Ja, ja. Ich glaube, der zweite Marvin ist schon gut. Wolfgang ist noch der Oberbohle. So, wenn er gut gesichtet hat. Mach er los, du bitte, Astrid. Ja, guter Masse. Gut, so. Gut, so Masse. So, ich habe das Video mal angeschaut, von Güll und Chris. Ja, ich habe das Video mal angeschaut, von Güll und Chris. Also, ich habe das Video mal angeschaut. Ich habe das Video mal angeschaut. Ich habe das Video mal angeschaut. Nein, auf die Schreibkorregerie. Okay, vergiss, du weißt, was ich meine, steht da dort. Schreibkorreger. Ich bringe es nicht raus, super. Wenn ich es noch dreimal probiere, habe ich es noch weniger rausgebracht. Schreibkorregerie. Heute will ich nichts mehr essen. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. 52 Meter, wie viele Hunde die Arzbreiten, weißt du das? Ich glaube, 15 Meter, gell? Ja, die ist leider, ja. So was, ja. Ich glaube, gell? In etwa. Schauen wir mal. Ja, pass. Eigene Fahrzeuge. Wie viel hätte noch gefehlt? Nein, nicht mehr viel. 15 Meter? Nein, der Marvin hat geschrieben. Was ist denn? 15 Meter hat ein paar Arbeitsplaten, ja? Ja, der Marvin hat was anderes geschrieben. Wie viel hätte noch gefehlt von einem Unfall? Im Video. Im Video. Was wir gemacht haben, da war es sehr knapp dran. Aber ich bin auf die Fahrradung gefahren. Du sagst das, ja. Das habe ich geübt, Marvin. So nennt man das jetzt. So nennt man das jetzt. Maike, bist du auch noch am Start? Meike wird nicht mehr da sein. Wenn der daheim ist. Hm. Du weißt, wann er das letzte Mal seine Frau gesehen hat. Na ja. Das will ich noch. So? Da steht nicht ein Hänger oben, Christian. Ja. Na, Marvin. Ich bin nicht schnell gefahren. Das Gaspedal ins Hänger blieb. Ja. Der hat um keine Ausrede verlegt. Die Bremsen hat nicht funktioniert. Nein, wenn der sich um keine Ausrede verlegen merkt er das. Was? Da hab ich jetzt alles erwischt, oder nicht? Nein. Nein. Ich hab nicht gewusst, ob ich da stecke da unten. Hab ich mir ja gedacht. Hab ich mir ja gedacht. So. Und du hast den Dünger oben, gell? Ja. Was ist das für komisch? Das gibt's jetzt für den Pultersapperl. Das ist drinnen. Ja. Ein Äffchen. Das ist ein Äffchen. Wie schön. Jetzt bin ich ein Äffchen. Das hat er mit Dänix getan. Ich brauche eine Einladung auf Discord. Wer ist das? Polka. Wieso? Du weißt eh auf Discord. Du brauchst ja keine Einladung dazu. Du brauchst ja unten auf den Link drauf gehen. Dann solltest du zu uns kommen. Macht nichts. Wir werden das dann später machen. Polka, wir machen das dann später. Ich mach dir keinen Kopf mehr. Wir machen das dann später. Den Notfall hast du aber aus dem Spiel gerne. Ich bin bei Didi50. Okay, das bin ich. Nein. Ja, Didi50 ist der Kanal, oder? Nein. Nein. Das ist mein Privat. Das bin ich drauf am Kanal. So wie du Gülligris hast, habe ich nur Didi50. Aber ich kann dir jetzt nicht schicken. Du möchtest unten nochmal den Link nehmen. Dann könntest du normal richtig kommen. Hättest du mit dem falschen Ding eingefixt unten. Das gibt es ja nicht. Obwohl die Farmers waren wir dort eigentlich. Polka. Ja, weil normal sollte es passen. Normal sollte es passen. Aber wie gesagt, das machen wir nachher. Macht er keinen Geld dann. Das bringen wir schon später hin. Bei Notfall kannst du über Facebook mit Christian schreiben und dann kann er das schicken. Was meinst du? Ich kenn mich nicht aus. Nein, geht schon. Ich bin... Was machst du? Das ist das Genie, was ich bin. Ach so. Okay. Ja. Wir bringen das schon hin. Nachher. Gibt es da noch einen Burschen, der was da ist? Ich meine, wir müssen ihn dann noch holen. Wo müssen wir denn hin jetzt noch? Viererdachs, du hast gesagt. Na super. Wie komme ich jetzt auf Viererdachs? Tankstelle? Kirchen? Okay. Was haben wir denn da für komische Feuer? Ja. Ja, das wieso? Das haben wir vorher... Das habe ich geruppert und angeerntet haben wir es auch. So, jetzt hänge ich mir den klein an und nehme den mit. Warum fahre ich jetzt da? Äh, das ist ja der kürzeste Weg. Der passt eh. Passt eh, Christian? Was ist jetzt dann? Als der Tankstelle kommst du raus, das ist glaube ich jetzt rechts oben. Cool. Ja. Du musst eh danken. Genau, ich habe es eh... Aber du hast glaube ich eine Antwort nachher zurückgezogen. Wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo hat man dann zwar nicht lesen können. Keine Ahnung von dir. Aber das andere haben wir eh gelesen. Das hat eh hingehaut. Schön, dass du geantwortet hast, wie es passt. Du hast zweimal das Gleiche geschrieben, aber das macht nichts. Und dann hast du ja eins wieder zurückgezogen. Genau. Ist ja nicht schlimm. Guck mal drauf, ich habe auch ein paar Mal das Gleiche geschrieben. Weil ich beim Verkehren war. Das ist ja nicht so tragisch. Ist jetzt unten bei der Tankstelle rechts gefahren? Ja, ja. Okay. Ich frage dich nur. Ich habe dich nur gefragt. Auf das Feld kann ich mich nicht erinnern. Christian, oh ja. Da weiß ich nicht, was wir draufgehabt haben. Sojabohnen oder irgendwas war da drauf. Da habe ich so blöd anhängen können. Hinter und vorn hat sich da gezwickt. Da ist es aufgegangen und dann rechts um. Wird da vorher dümmt oder was? Nein, das Messer... Du kannst nicht düngen, wenn du eine Düngelstraße dabei hast. Dann geht auch das nicht. Geholkt gehört es eh nicht. Weiß ich nicht. Du bist am Anfang fertig. Ich fahr jetzt mit dem Geholkt rüber. Dann geht mir... Nein, gehört nicht geholkt. Geht schon. Hä? Was heißt? Du musst erst den Motor starten, schreibt. Ja. Ich glaube, X musst du auch drücken. Ja, weiß ich eh. Pass auf einmal. Ich stelle den Hänger jetzt da oben. Jetzt sind alle beim Ding drüber wahrscheinlich. Ist klar. Nein, Mike ist mir da nicht genau da oben. so wenn wir sie da rauf tun und dann müssen wir jetzt mal schauen was ich da noch brauche ich bin zu tief da hinter mir der kleine mit der kubelerei nika leise ja okay ist schon okay oder vielleicht schaut so war jung mit seinem rheinland akrainsprung ich muss sagen der mario hast dich ja grüßen niklas ja niklas der mario lässt dich schön grüßen na 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 Nein. Weißt du? Nein. Erstens laut? Nein. Schweren wir gar nicht. Weißt du? Ja. Ich weiß nicht. Weißt du. Ja. Na... War die Elfzusport eh rein schon? Zum guten Abend. Hallo? Ja, der Philipp, ja, Leipzig, den kenn ich, genau. Was ist? Nein, Sieg rennt da, was ist da? Was rennt? Mir ruft wer an. Ja, was sollst du? Na, weißt du, wer mir anruft? Ja, dann hebe an. Hä? Wieso ich mir anhebe? Wieso nicht? Kannst du nicht sagen, wie ich das über den Fernseher mache, soll ich? Wieso über den Fernseher? Ach so. Volker, das geht nicht. Volker, das geht nicht. Der probiert es immer so, ich weiß es nicht. Ja, wir machen das nach, Herr Volker. Es geht nicht anders. Jetzt? Bist du ausgegangen, Christian? Christian? Ja, das... Ah ja, okay. Ich sag nichts mehr. Christian? Das ist jetzt so wichtig. Weißt du schon. Naja. Ist einmal so. So. Jetzt bin ich mal mit Alarm. Bei der ist anscheinend aufgegangen. Das heißt wahrscheinlich, dass er arbeiten... Ach, nichts tut. Gut, da muss ich es ja schauen. Äh... Äh... Ja, aber... Ja, ist egal, Volker. Ist schon, ist okay. So, das heißt... 72... Sonst nichts. Es ist nichts reib. Genau. Reib ist verbaut. Ah, da müssen wir halt nachher schauen. Ist klar. Jetzt sind die anderen oben. Hm? Entschuldigung, ich hab nicht gewusst, es funktioniert. Ja, ich weiß, dass es geht. Aber... Okay, passt schon. Er kommt hier oben und nicht rein, hier unten, oder? Nein, es geht einem was anderes. Es funktioniert. Wenn du draufdrücken tust, kannst du bei dir telefonieren. Ja, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Aber dann schalt's das von da weg. Ein bisschen eigentlich von Sachen draußen. Genau, so ist es. Das hab ich ja nicht berufen. Mhm. Jetzt hab ich ihm, wie gesagt hast, bitte drehen bleiben und... Ja. Und nachher, wenn wir... Was andere hab ich gesagt, dann machen wir dann... Weißt du, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Baut schon hin. So, weil... Ich muss jetzt auch schauen, wie wir da... Es funktioniert. Es funktioniert. Yes. Das ist ja live und so. Hoppala. Jetzt sieht man mich so. Na komm, wo war da? Ist ja gut. Warte, ich muss wieder... Ich muss wieder umschalten. Ja. Na passt schon. Wie... 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 Wie kann ich der eigentlich anrufen? Das ist... Das ist eine eigene Geschichte. Nein, das ist eine ganz leichte Geschichte. Ganz einfach. Gleich sind wir eine Nummer und dann steht ein Telefonhörer und du kannst anrufen. Das ist das Einfachste, was es überhaupt gibt. Das ist das Einfachste. So, wir haben noch eine Nennstausend. Das heißt, wir brauchen aber was, oder? Wir müssen irgendwas brauchen wir jetzt. So, ich hoffe, es war jetzt alle Oma kurz beim... Beim Philipp ein Sprung. Weil die, was da herinsehen können, eh den Philipp. Brauch ich nicht sagen. Außerdem ist er eh unterlinkt. Bei den 500er und noch was Abonnenten. War schön, wenn sie meinen Daumen da los sind. So. Ähm. Ist doch ein Partner von uns. Sozusagen. So. Äh. Jetzt. Okay. Wenn man jetzt das führt, irgendeins. Du bist am Gruppen, gell? Ihr Redner. Ah, jetzt an anbauen. Entschuldigung. Ja, ich wollte dir sagen, anbauen. Äh. Das war nämlich 39. Achso, das gehört ja nicht uns. 35 würde ich sagen. Es ist da dunkelgrün. Es bringt alles nix. Da ist nur Raps am 33. War nur Raps. Mais ist am 9. Nicht einmal gedüngt. Bringt uns auch nix. Bo, 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 bo. Bo, 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 bo. Raps würde uns schon was weiterhelfen, gell? Glaube. Oder? Ja. Ja, ja. Das 33 hat. Das kostet. Ah, das ist ja auch. Das kostet. Buh, ha. Gmull. Nennst tausend fast. Das ist auch gmull, ha? Nennst tausend. Das ist auch hart. Wahrscheinlich nicht gedüngt. Was ich da gesehen habe. Nein. Na ja, da kommt gar nix raus. Nein. Da kommt dann gar nix raus. Hm. Ohne. Das ist ein Grotkummer. Hmm. Ja, ja. Ja. Wie heißt denn jetzt überhaupt noch da? Dass er mich auskennt? Volker ist sicher da. Marvin wird auch da sein. Der war kurz drüben oder geht kurz noch um. Das sehe ich jetzt nicht. Ein Wirlwall umherrennen und ich weiß nicht, was ich tun soll. Was werden wir machen, Christian? Du hast jetzt noch zueinander gebaut, das ist klar, aber auch nicht mehr lang wahrscheinlich, gell? Nein, das ist nicht mehr viel. Ich lege das dran, jetzt wird dahinter umhert um. Die LR ist vollwertig, das Lenkrad war. Alex, der Krieger, grüß euch. Grüß dich. Alex K. Ich nehme an, dass der Krieger ist. Nein, das ist Alex K. Ist nicht der Alex der Krieger? Normalerweise geht er miteinander rein. Normalerweise. Wenn mir nicht alles täuscht, oder ist er, ich weiß jetzt nicht. Dann hätte das Profi-Büttger auch geändert, wenn mir nicht alles täuscht. Aber schön, dass du zuschaust. Du wirst recht haben. Du wirst recht haben, dass er bei Alex der Krieger ist. Wenn du nicht bist, Alex, dann... Nein, der ist sicher drüben bei dem Ding, hundertprozentig. Denk ich mal ganz stark. Dass er drüben ist. Wenn mir nicht alles täuscht. Ricardo 5 hat deinen Kanal auf YouTube abonniert. Recht herzlichen Dank, Riccardo95. Wenn du zuschaust, muss ich sagen, recht, recht herzlichen Dank. Bei uns? Ja. Danke, danke. Der hat auch 954 Abonnenten. So, und der Alex K., weil da muss ich mich nämlich zusammenreißen mit dem Sprechen. Sonst gibt er mir wieder das nächste Mal. Oh ja, der ist klar, dass er nicht versteht. Du brauchst nicht weh hierzu. Wenn du jetzt normal redest... Was ist das dann? Red normal weiter, wie du immer redest. Ja. Ja, passt ja. Ist schon gut. Ist schon ein Punkt, der jetzt schon anfängt. Ist schon gut. Didi, da musst du mich ein bisschen aufklären. Wenn du mit der nächsten Zeit nichts dazu hast, dann kann ich auch nichts... Das hat mit der Zöhn nichts dazu. Ich sag's jetzt nicht. Nein, passt schon. Nein, das ist ja eh nicht. Passt ja. Ist ja nicht. Das hat mit der Zöhn nichts dazu. Das habe ich dir letztens gesagt, wie wir da geschrieben haben. Was? Nein, geht schon. Nichts. Aha. Das ist ja doch nicht. Christian Alex, der Krieger. Das war bei ihm im Livestream das letzte Mal drüben. Er hat nämlich eher zwei Sätze reingeschmissen. Das muss ich nicht verstehen. Auf... Ähm... Er ist aus Oberbayern. Ein Oberbayern versteht uns immer. Das haben wir gemullt davon, gell? Vertei. Ja. Das ist ein Oberbayern. Oberbayern verstehen uns. Haben sie immer gesagt zu uns. Wollen wir für Österreich, Kumbaga. Damit hab ich noch zuschauen, wenn man nicht wissen, was man jetzt nachher noch haben. Na, kommt ihr weg da. Hoppala, wo bin ich jetzt angekommen? Jetzt doch geht's. Aber dann ist es ein Eiger. Dies ist ein Mützler. Ja. Du sagst, wir haben noch was zum Kläden mitzuhören. Was? Du wirst jetzt an 3 Jahren. Dann haben wir auch nichts. Wann meinst du? Ich ja nicht. Ach so. Ja, genau. 139. Das krieg ich dann. Ich glaub, der 40er wird heute nicht mehr weit sein. Nein, da geht's ja nicht aus. Hä? Warum nicht? Da geht's ja nicht aus. Warum? Nein, ich glaub's nicht. Aber ja. Aber ja. Hast du jetzt vergessen, die VZ? Ja, Christian. Ja, da hab ich's jetzt vergessen. Ja, ich hab's jetzt gemerkt, weil du vorhin mal schräg runtergekommen bist, gell? Ja, ich hab's jetzt gemerkt, weil du vorhin mal schräg runtergekommen bist, gell? Ja, ich hab den Stinkelklamotor auch. Und bist du auch, Alex? Bist du auch ein Spieler? Das macht ja nichts, wenn ich so ein Strapfen tue, tue es ja nicht so weh. Warte, was ich mein. Ist ja nicht so verkehrt. Das macht ja nicht so verkehrt. Ist denn der Bursche gerührt? Nichts noch, gell? Oder? Oh ja. Aha, okay. Okay. Mike, weg, Ding weg. alex bist du noch wenn ich fragen darf jetzt momentan ein bisschen langweilig aber erst geht auch fertig wir spielen weil du das sagst wir spielen eigentlich auch nur ls also fast nur also in youtube und so was mir miteinander spielen gully grüß und die natürlich kann auf der kanal betreiben wir spielen nur ls da eigentlich nur ls er spielt noch andere spiele baser bis sie zu einem zeitwerk treibt nebenbei aber sonst spielen eigentlich nur ls stimmt oder habe ich nicht mehr unrecht ich spiele nur eines ja aber das hat mit dem multiplayer nichts zu tun weil das geht es geht ein bisschen ein bisschen ding braucht man muss man öfters sagen jetzt geht es wieder genau jetzt geht es wieder so gut dann komme ich mit denen das war jetzt glaube ich das letzte christian was wir gesagt haben oder mit zwei feldern waren zu bauen oder genau und wenn wir damit anfang prinzip wir sind jetzt schon blödsinn bin depper gott weiter wo man da da stellen wir gleich alles daheim wo Da riecht's auf, weißt du, dann geht's eh über den Wirten um, gell? Ja, ja. Aber trotzdem, alle, schön, dass du uns zuschaust, ein bisschen. Normalerweise, die wir uns kennen, geht's ein bisschen wieder zu, aber Handy ist nicht so richtig, der Doc. Stimmt's, Chris? Nein, immer geht's auch nicht. Nein. Ja, bei uns eigentlich, der, der uns uns einmal kennt, dafür sind wir Chaoten. Nicht immer richtig, wir spielen da ziemlich lange auf der Weichen. Und, ja, da geht's immer irgendwas, was jetzt gerade ansteht. War mir dann schwer, zu sagen, was wir hier jetzt angehen, wir werden sich das ganze Thema anschauen, weil das haben wir jetzt angebaut, nachdem wir die Kartoffeln vorher alle in die Paletten angefüllt haben und reingestellt haben in die Halle. War eigentlich heute das Haupt, was wir vorher schon gemacht haben. Gute zwei Stunden bald, oder? Nein, Prost. Und jetzt haben wir den jetzt nochmal angebaut, also tiefenglockert haben wir und so weiter halt ein bisschen. Und da tue ich mir normalerweise dreimal am Wochenende streamen, einmal da, dann auf der Untergrießbach und das dritte sind wir so, ja, just for fun, schnellerweise in die Karten oder irgendwas. Meistens sind dann Samstag. Samstag sind wir meistens zu dritt. Genau. Ja, meistens. Meistens zu dritt oder auch. Meistens. Sonntag sind wir immer eigentlich, da ist der Jockey immer dabei, oder? Normal. Ja, wenn er kann. Ja. Ja, das ist eh immer, ja, leider Gottes immer Grundvoraussetzung. Jeder hat nicht immer Zeit, das ist klar. Aber wir brauchen Frischmais, hast du gesagt. Wir brauchen das, das und das, he? Ja. Wahnsinn. Ja, Christian, ich stehe aber in den Hänger, wo Süden denn hinstehen, dass nicht alles immer mit dem Weg steht. Ich bin ja dabei in Frosila rein. Nein, da kannst du ja gescheit Zube fahren, gell? Ja, dann hinter der Halle da, wo wir gesagt haben. Ja, da steht ja der andere, du bist in Zubeu gefahren. Weißt du, wenn du es lohnen willst in Notfall dabei? Ich will ihn da herstellen. Genau. Das geht sich eh aus. Da kommt man eh vorbei. Der Anhänger kommt man da auch. Halt schon hinzu, genau. So werden wir das machen. Ah, doch 26 Leute. Dankeschön. Danke, wer es war. 25 habe ich gerade gesehen, wenn ich mich nicht verschaut habe. Aber das ist so klein, dass ich das oft nicht sehe. So. Da haben wir die... Ach, bist du angekommen bei den Balletten oder was? Nein. Ich habe mir gedacht, weil die eine steht schief. Oder sie ist gewandert. Das kann auch natürlich sein, Christian. Weißt du das? Ich kriege gar nicht hinten. Ja, so ein Stoß ist nämlich schief gestammt. Jetzt fahre ich mir nämlich nicht sicher. Ja, das ist eine schlicht. Wenn du das meinst. Die zwei Balletten, die oben ansteigen. Ja, genau. Die sind schon seitlich eine schlicht. Ach so, okay. Ist eh egal. So, da werden wir dann nachher... Ich habe mir das noch gedacht. Weißt du, bist hängen geblieben oder was? Hätte er sein können. Hätte er sein können. Nein. So. Aber auf jeden Fall werden wir da trotzdem eine Werkstatt herbauen. Ja. Warum das Gerät? Weil das ist furchtbar. Ja. Warum das Gerät? Weil das ist furchtbar. Ich kann es nicht richtig anschauen, gell? Nein. Ich weiß nicht. Aber was soll man machen? Es hilft oft nichts. So. Dann wollen wir da eine Rode einmal herstellen. Wo soll ich da hinstellen überhaupt? Dort beim Silo hinten. Bei dem Traktor. Geht es sich dort nicht aus? Oh ja. Aber dann ist er... Na ja, wenn wir schauen. Jetzt ist das Blöde. Wenn dann der Traktor parkt. So. Nein. Geht da hinten. Da hast du nicht zugefahren geschaut. Du musst zeitlich fahren. Da. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Da schau. Alex K. Was steht auf dem Programm? Habe ich vorher schon gesagt. Ja. Ja. Nichts Spezielles, Alex. Das ist halt das. Wir haben immer... Wir haben zwei Dinge, was wir... Habe ich schon vorher gesagt. Ja. Bei uns gibt es eigentlich im Grunde genommen keinen Plan. Bei uns gibt es auch keinen... Bei uns ist das ganz einfach. Wir haben Plan A, B, C, D. Und im Endeffekt haben wir gar nichts. Machen wir immer das, was jetzt gerade anstellt. Ja. Wenn wir ehrlich sind, gell? Das ist jetzt immer das Ding bei uns da. So. Gut. Das heißt. Wir brauchen bei den Tieren. Gras, Glee, Frischmais. Also. Groß oder Frischmais. Frischmais ist aber der Kekselte. So. Marvin. Nein. Nichts. Was für einen Traktor ist er fahren will. Dann kommt einer rein und er fängt schon an zu ziehen. Nein. War nicht best mit Marvin, gell? Ist schon okay. Alex, habt ihr selbst einen Landwirtschaft da? So. Was machen wir jetzt für die ganzen Sachen, Christian? Als erstes. Na geh, haben wir keinen. Na geh. Na ja. Gras gibt's. Geh oder Frischmais. Oder. Oder Mais, Weizen oder Gerste. Der Mais haben wir jetzt erst angebaut. Der ist noch nicht. Der ist noch nicht. Aber das groß wird eigentlich. Das ist jetzt. Im Prinzip war er jetzt die einzige Alternative. Weil es ist sonst nichts reif. Und wir können sich kaufen halt. Richtig kaufen. Außer das da hinten. Schau her. Das ist das da unten, was mit Mais ist. Gell? Wo? Na da. Das nicht. Das gehört nicht uns. Ich glaub das hintere ist da. Irgendeins da hinten. Warte mal schauen, dass ich das sagen kann. Das 33er. Aber das ist nichts gedüngt. Bei dir gibt's nur Fans. Super. Bei uns gibt's eigentlich Punktgemischt. Durch mal Österreicher sein, haben wir meistens eigene Steirer und so. Das ist schon abgeerntet. Jetzt ist es abgeerntet. Okay. Vorher war's nicht das 33er. Hahaha. Lustig. Wachstum. 33er. Wer sagt denn das? Im Wachstum. Das 33er ist bei mir im Wachstum. Orange. Ja. Aber das ist nur... Hä? Was? Wenn es auf Bodenbeschaffenheit geht, ist es... Ja. Nicht gedüngt. Ah, ist braun. Achso. Es ist nicht gedüngt. Aber es ist auch so, es sind ja Rapsommer. Also das ist jetzt ziemlich wurscht. Äh. Es ist jetzt ziemlich wurscht. Das ist ja Rapsommer. Das bringt eh nix jetzt in den großen und ganzen. Wir sollten uns schauen in Notfall erwiesen. Es wird uns nix anders helfen, glaube ich. Marvin. Ja, auf die Leute zu seglieren. Willst du mein Helfer sein als Bauer? Du kriegst am Fendt 724. Du kriegst von mir einen Hühlemann, Marvin. Und mit dem, dann bist du mein Helfer. Dann wird ich dir auf die Walten huden. Und dann kannst... Ah. Marvin, immer ist es nicht gut, wenn man die Leute sich gibt. So. Jetzt. Welche Wiesen könnte man nehmen? Welche kleine? Ist so ein Preis hier? Uiuiuiuiuiuiuiui. Haben wir da keine dabei? Nein, da haben wir keine, Christian. Da haben wir keine Wiesen dabei. Da haben wir keine, nein. Die Piro 40er. Oder 35er. Oder wir fahren weiter rauf. Ich weiß selber nicht. Welche Wiesen sollte man nehmen? Da immer Stream zuhauen. Okay. Was? Ich schau da im Stream zu heute. Okay. Sicher ist es okay. Das macht Spaß. Wir sind dankbar, dass einem der zuschaut. Warum sollst du nicht zuschauen? Wie hast du schon gesagt? Der Marvin. Cool. Achso. Er meint wahrscheinlich den Marvin. Er will es den Marvin gemeint haben. Ja. Marvin schreibt das gerne. Ich mache so eine. Ähm. Ja. So. Welcher nehme ich jetzt? Was für Wiesen, Christian? Ich bin gerade beim Schauen. Wie gehört haben wir nicht? Nein. Das weiß ich schon auch. Ja. Das ist ja das Problem. Wiesen 16. Wiesen 16. Wiesen 16. Äh. Ja. Ja da. Aber das ist kein Wiesen, Christian. Da bin ich mir sicher. Oder? Oh ja. Wie du jetzt Wiesen anzeigst und warf hält. Okay. Was kostet das? 62. 62. 62, ja. Das 13er war viel größer und kostet 68. Siehst du das? Ist das überhaupt ein Wiesen? Ja. Das 13er. Ist glaube ich... Nein. Wachstum. Nein. Das ist glaube ich... 16. Was habe ich gesagt? 13. 13. Nein. 13 ist nicht. 13 ist... Seine Kartoffeln. Aber 16... 16 war Wiesen. Ja. Ja. Aber jetzt nehmen wir die. Ja. Die 35er war auch eine. Aber die kostet... Ich weiß nicht wo es größer ist. Ich glaube 16 ist größer als die 35er oder? Ja. Dann nehmen wir die 16er. Egal. Die kostet 64.000 die 35er. Ja. Und der Mähwerk willst ja ausgehen. Weil jetzt müssen wir jetzt mal einen kleinen Seitenmähwerk nehmen. Der ist ja nicht so groß, oder? Schwoder brauchen wir auch. Man muss ja dann einen kleinen nehmen. Es hilft uns ja nichts irgendwie, oder? Brauchen wir da was? Soll ich es kaufen? Ja klar. Und dann kaufen wir es einmal. So. Die gehört einmal uns. Das heißt jetzt brauchen wir... Weil da haben wir sicher nichts an Mähwerken. Oder? Nein. Da auf dem Hof haben wir nichts. Da haben wir keine. Null. Ja. Wenn nicht nehme ich ein Seitenmähwerk. Das Bülligere. Christian. Und da brauchen wir eh noch einen Schwoder. Sucht einen bülligen Schwoder aus und fertig. Oder? Und wie führen wir es heim? Wir haben eh hinten einen Lodewagen. Christian. Ich bin gerade bei einem Lodewagen vorbeigereint. In dem Moment noch. Siehst du es da hingestellt? Ja. 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 Na gut. Dann fangen wir zu den Händler. Ladewagen rum. Ja. Ladewagen rum. Schwoder haben wir keinen ins Mähwerk kommen. Ja. Wir haben da noch keinen großen gebraucht. Weißt du? Was haben wir da reingekaut? Frischschmeiß. Aber ein bisschen was brauchen wir wenigstens. Es hilft alles nichts. Es hilft alles nichts. Es hilft alles nichts. Was hast du denn schon wieder? Was hast du denn schon wieder? Ich fahre wieder an den Pfosten. Was? Ich weiß wo die Wiese ist versteckt. Die Wiese ist versteckt. Ja. Ein bisschen ist halt. Ein bisschen ist versteckt. Die Wiese. Die Wiese. So oder? Dann werden wir halt umgeziehen zu den Händler. So schnell geht er ja nicht. Was? Alle schalten was ich will. Der geht nur 43er oder? So Volker. Ja. Meine Dame hat mir gerade auf dem Laptop Facebook gezeigt, wie es geht. Weil ich nur da lese und antworten kann. Okay. Meine Dame. Deine Frau. Ja, ja, ja. Wie höflich, dass er schreibt. Ja, ja. Meine Dame. Was? Seine Stätzer neben ihm. Volker, schwebt der Heiligenschein über dich? Oder der Knüppel? 3,50. 4 Meter. Stopp. 3,50. Ich brauche einen Schnoder. Na ja. Das war günstig. 3,50 Meter oder 4 Meter. Das ist schon wurscht, aber das ist günstig. Ich nehme gleich den 4,6 Meter. Mehr brauche ich nicht. Ja, passt ja. Nimmer noch. Wie viel kostet der, Christian? 10.000. Das geht so aus. Passt. Kaufen. Äh. Es gab auch noch einen Bulldogan. Das ist... Mit 3,40 Meter, der kostet 5.900. Das ist ja wurscht. Die Wiesen ist ja nicht groß, seit hoher. Ja. 3,40 Meter. Ein Schwader wird benutzt, um Glas, Heu oder Stroh in Bahnen abzulegen. Ja, passt schon. Nimm den nur. Ich fahre noch mit einem einzelnen Mähwerk. Ich... Dass wir nicht ganz... ganz schaligängen. Weißt, was ich meine? Ich fahre mit 3... Ich fahre mit dem Spielzeug auch. Hä? Was für das Spielzeug? Was ich jetzt gekauft habe. Welchen hast du ihn genommen? Einen 3-metrigen oder einen 4 Meter wenigstens? Einen 3,40 Meter. Aha, da gibt es einen 4 Meter auch. Ja. Ja, aber der... Der kostet gerne um... Ah! Ich glaube, dass ich auch... Wie toll. Wollt ihr nicht. Der kostet gerne 5.000 Meter mehr. Ja. Oh, dankeschön für Ihren Like. Wer immer es war. Recht herzlichen Dank. Auf alle Fälle. Es sind doch noch Nächte, wo es reinkommt. Ah! Ich sage den auch richtig. Den einmal bald nicht erfängt. 188,50 waren schon erinnern, Christian. Ja. Da wird doch noch der eine drinnen sein heute, oder? Der eine Abonnent. Haha. Nein, das ist lustig. Wenn er abonniert oder nicht. Ja, dann hast du wieder einen und dann... Nein, dafür ist... Das habe ich... Bist nicht sehr sarkastisch? Nein! Der Heiligenschein... Jetzt war der gleich auf. Was? Ah! Der Heiligenschein, ja! Jetzt habe ich jetzt nicht gesehen, gell? Äh... Ich habe jetzt... Das habe ich überlesen. Tut laut Volker Das habe ich jetzt... Ich habe 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 jetzt... Die 마in... Ich habe... Ich habe... Du mache jetzt... Ich habe... Es... Ich habe heute LS19 gezahlt. Warum bin ich jetzt die große Runde gefahren? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig bin. Wieso die große Runde? Weil du vor den Hof vorbei fährst und du fährst gerade ab? Ich bin nicht über den Hof gefahren, ich tippe. Das ist dann aber das Schlechtere jetzt. Ich bin über den Hof gefahren, ich bin über den... Ja, ist egal. Es führt eh, alle Wege führen noch um. Circa 10 Minuten, Pascha Volker, wir sind nie noch da. Wir sind ja eh noch nicht weg. Wir sind ja noch da, da. Jetzt hat man wieder kleine Koordinationsprobleme. Da sollte er schon bald auf der Wiese sein. Auch da oben sehe ich schon. Wann sie mir nicht den Weg auch noch gestohlen hätten? Da durch. Ich hoffe, das geht mit dem Mähwerk. Oh, 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 oh. Na? Oh, 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 oh. Na, geh. Mist. Warum haben sie da genau so ein Hittel hergebaut? das mehwerk lustig um das stück ein klopfen was wahnsinn ist ärgerlich da war das müssen die 14 sind schauen wir recht hat 16 ja passt ob sogar recht man soll es nicht glauben die zänge gehen so intelligent polzen wird sehr intelligent von mir da bist du schon da ja ich bin beim stumpf gehängt beim stumpf hast du hingehängt oder was beim stumpf bin ich aufgehängt ich musste ja mal zwei drei bänen fahren ja auf der untergrießbach na gut marvin super falls auf der untergrießbach ist oder was hier wieso gehst du nicht in die helle maria hofer hallo grüß dich hallo einen schönen guten abend endlich einmal eine weibliche wieder einmal ja maria hofer aha das hört sich ja fast fast da wie österreichisch österreicherinnen ja so wie von uns deine nach dem namen ja sprich mal oder schreib mal ob mir richtig lieg oder mir weißt du äh kühlst du also ich fahr zu meinen armen herum drumherum und dann schau ich dass ich auch für OO wegkomme gell aber es hilft nix es geht nicht anders ist noch das Seitenmähwerk und maria wie geht's alles ok begrüßt man dich bei den zwei kaoten da äh nicht in die Joggen K.O. auch hab ich richtig gesehen hoppala hab ich jetzt nicht geschaut ich hab jetzt da oben geschaut ob was kommt ich hab dich gar nicht stehen gesehen wenn mich? die ja ich hab jetzt da oben geschaut auf rechts gell äh weil sich was bewegt und man denkt jetzt muss ich schauen wer geschrieben hat oder was gell ja und hab gar nichts ins hingschaut äh eine runde fahrer war noch christian gell und ja und recht herzigen dank für den liked ja Marvin es war ein knopper Unfall noch kein ganzer aber sehr knopper war das ja ein ganz ein knapp war das ja ja Paulus bist wieder da servus dass du wieder da bist warst du auch unten? ich hab sie gesehen ich war auch dort a bisserle, a wenngerle waren wir unten Na Maria, bist du noch da? Wir wollen ja nicht zu nahe treten. Aber wir fragen ja nicht. Ja? Oui. Ich glaube, Schwoder irgendwie verkehrt. Ja, du darfst nicht raus, Schwoder, und du musst schauen, dass Dirkel innen ist, Christian. Du hast das außen, Dirkel. Das ist Nylon für dich, gell? Ja, jetzt gehst du eh noch mehr rein, dann fahrt die Armee so auf, immer schauen, das Ding ist, dann kannst du es miteinander machen. Du kannst zwei Reine vorne legen. Der Armee drüht rein und dann fahr ich den unten, darfst Du leichter durchkommen. Nein,est du noch nicht? Ich bin dran! Ja, da, 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 da! Wow, 29, dann so gut. Ja. Danke. Danke schön. Schrauben, schrauben wir gerade. Grüß dich. Schrauben. Hier wird mein Bui. Hei, hei. Warte, wieso ich denn da sprach dann? Ich bin da nicht gut mit dem Gerät. Christian, ganz einfach, das Tiefel muss immer dort sein, was hast du denn jetzt gemacht? Und jetzt reist du um und fährst runter, jetzt reist du um und fährst runter, solltest du zeigen? Nein. Okay. Gut, dann nicht. 30. Danke schön. Aha, habe ich nicht gesehen. Und jetzt fährst du von der Seite vor wie einmal. Wieder. Und du hättest müssen weiter runter, weil dann kannst du das nämlich umschmeißen. Weiter runter geht er halt. Aha, okay, weil du das schmull hast. Der ist drei Meter, ja, okay. Weil normalerweise kommst du einmal so und einmal so hin. Aber warum? Das hätte er müssen gehen. Das gibt es ja nicht. Achso, weil du zu knapp fährst, schau. Du hättest ihn ja noch breder im Prinzip. Nein, falsch gemacht. Nix. 31, 32, danke. Was ist da jetzt los? Kommt da jetzt alles daher. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Zuschauer werden von Minute zu Minute mehr. Ja. Wieder verkehrt. Ja. Geh, weißt du was fahren, während du halt einen Mittelforder. Ist nix für mich. Ich muss hin und her fahren. Nein, du brauchst nur von der richtigen Seite anfangen und die andere Seite wieder zurück. Und jetzt mal das Gleiche. Holt ein, aus, gib den Druck und nimm dir, der Ding ist eh, der Gase ist eh, glaube ich, begleicht mal. Fertig. Na ja. So, wenn wir das ja weit vorwarten. Oder wir nicht losen. So. Ich bin eh bald fertig vom Mann, hol den Lodewagen. Ich weiß nicht, wie du willst. Du willst einen Bierst möchtest. Das laß ich dir über, wie du möchtest. Naja, der hat mit sowas noch nie was zu dank gehabt, Paulus. Nein. Wenn er in echt noch in spült bis jetzt, gell? Ja, habe ich gewollt, habe ich gewollt, Alex. Hat nicht gewollt heute. Es gibt so Tage, da ist nicht der richtige Tag, nennt man das, oder wie. Jeder hat nicht immer einen super Tag. Das ist schwer, ich habe dich heute schon vermisst im Discord. Wo war er da heute? Hat so lange die Schule gedauert? Dils. 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 Hätten wir das einmal. So, nein. Außen kann ich noch einmal fahren, bitte. Jetzt haben wir linke Hunde noch einmal zuge. Dils. 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 Das war immer so. Aber der macht alles mit dem 112 Kreis oder. Mit der Mittelablage im Prinzip. Und welche, der hat einmal nicht gruselt, bei ihnen. Aber das mit dem 1. Dils. Dils. das ist ein Zeitding. Stimmt's? Weil er geschrieben hat, der Alex, gell? Bei ihrem DERF im Wundtück... Ha? Hast du das ja gelesen? Ja, okay. Das Schwodern ist so eine eigene Geschichte. Da gebe ich dir recht. Das, das, die, die hat... Was? Ah! Okay, Mähwerk. So bin ich jetzt wieder nicht gelesen, was der Marvin geschrieben hat. Da habe ich mir gedacht, was? Das, das, die, die hat? Jetzt weiß ich, was er meint. Mähwerk, was ich habe, ja. Jetzt geht die Diskussion los. Dass der Paulus das hinkriegt. Ich möchte da leider durchfahren, weil ich pass da nicht durch. Da, was ist jetzt? Wo ist denn der wieder? Geh! Was ist denn? Warte einmal, der Kleine will was kurz von mir. Eine Sekunde. Ich zume kurz in die Höhe. Ich glaube, der hat hinten ein Multiplayer-Problem. Okay, bin ich zu. Tschüss! Das war's eben auch. Oh! Was ist das? Warte. Ich bin einfach auf dem Kopf. Ich bin einfach auf dem Kopf. Da, aber da sind einfach drauf. Vielen Dank. 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 Jetzt haben wir einen richtigen Schroder, ja? Alex, das stimmt, ja? Ja, past it. Vielen Dank. Jetzt geht's. Ja, da hinkt ein kleines Problem gehabt, den Muschie-Player, der Kleine. Ja? Ja. 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 Jetzt machen wir sicher zur Waffe, dann sehen wir ein bisschen mehr. Da hat er sich schon geblockt. Das kleine Rinkerl, was da inzwischen ist. Ja, dann sehen wir es meistens auch, okay. Schreibt mir ein Ding. Nein, das ist wurscht. Ich habe da jetzt überlegt, ob ich jetzt da oben fahre oder dann da oben, weißt du? Ich komme nämlich immer zu deinem Stuhl hin, ich weiß aber nicht warum. Ich habe die Begabung, dass ich immer zu deinem hinkomme. Weißt du was ich meine? Du wirst wie ich fahre, ich komme immer dorthin. Dann probieren wir es einmal da, vielleicht kommen wir da mal in die andere Seite. So herum jetzt sind wir nicht so oft, oder? Nein. Aber ich glaube jetzt habe ich es geschafft. Ja. 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 Jawohl eins, ich habe es geschafft. Und dann fett. Das wird mir mal einen Überblick überschocken. Ja, 22, dann gehen wir es an. Ja, 22, dann gehen wir es an. Ja, 22, dann gehen wir es an. Ja, auf solche Sachen stehen wir auch, die Johnny, was wir haben und alles. Geht schon vorne, ich bin weiter weg, ein Zumpfer. Ja, er ist zu niedrig gegangen. Du bist zu hoch gewesen mit dem Gang, oder? Ja, Christian. Ja, dann warte, bleib stehen. Warte, ich gucke auch raus. Warte, ein bisschen. Warte. Ja. Ja. Geht schon. Ich bin da niedergegangen, der Hansa. Ich bin da niedergegangen. Ah, hört man fast nicht. Schaut, hört man jetzt fast nicht. Warte. Nein, hört man fast nicht. Ohne Schmei. Es gibt doch nicht die Hörtesvueil. Ja. Du. Weil du das Lautrad hast. Ich habe es jetzt fast nicht gehört. Normalerweise hört ich mir so gut. Warte, was ich meine. Die hat momentan nicht so. Super Volker, dass du wieder da bist. Hast du es geschafft, meinen Hund zurück zu finden? Wäre es jetzt mit wehen gegangen? Ja. Ja. Ja, mit dem Hund. Oder der Hund mit dir. Bei ihnen weiß ich, oder fast einen besseren Sand noch. Aber das freue ich nachher. Gehe ich mal bei ihnen. Warte, wenn die Scheiben offen sind. Wir haben es sehr gut mit denen gemacht. Oder einen Sand, ja. 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 Ich habe es nicht. Was ist? Liegst du schon? Nein. Aus dem Hund bin ich raus. Jetzt bin ich nicht. Und? Ich habe die Zahn gepumpt. Aha. Liegst du die Zahn nicht, oder was? Nein. Ich habe es nicht. Ach so. Nein. Ich habe es nicht. Haha. Nein. Ja. Ich habe es nicht. Warte, da kommt mit mir. Jetzt geht es. Aber warum nicht? Ist auch mal nicht schlecht. Ich mache da immer fünf Runden rum mit dem Sound in der XML. Ah, jetzt haben wir es gleich gekauft. Ja gut, Alex, du hast dir ein bisschen Muten auch leichter oder was? Oder so halt die XML und wir dann umschreiben es aber ein bisschen halt. Das ist ja gut. Baa! Das war ich einfach glaube! Soll mich auch nicht angereich, aber das war jetzt glaube ich glaube! Ucht ist ja noch herinnen. Eigene Map, ok, was für ein Map-Posto, wenn wir fragen dürfen, wenn ich fragen darf, oder fragen dürfen, egal, wie wir sagen, na, Marvin, das war's ja. Marvin, das weiß ja, was für ein Map. Ich glaube, ich hab jetzt vergessen, irgendwo zu an Opien. Na, schauen wir mal. Na, bin ja noch am richtigen Pfad. Worm. Flugschalten. Ja, nehmt auch. Aspach. Okay. Da brauchst du nicht ... Marvin, ich hab' dir nicht zurückgezogen, müssen Sie antworten. Ah, die Dinge, was du gegeben hast. Eine Map heißt Aspach. Okay. Äh, Christian, da haben wir schon mal gehört, einmal was für Aspach, gell? Was? Ja. Ja. Hat der Multiflug? Asbach? Das sagt man doch was. Nein. Da jetzt hoffe ich, dass ich reinkomme. Ah locker. Was ist? Ich war mir jetzt nicht sicher momentan. Ja. Eine Hälfte liegt noch oben. Ja, super. Asbach, das schrei ich mir jetzt aber gleich auf. Bis der Stream immer verarbeitet ist, dauert ewig. Hast du dich selber umgebaut, oder war dich von Hause aus, Frau? Ich glaube, er tut... Ja. Christian, wenn ich ihn richtig verstanden habe, baut er auch selber Maps. Er dürfte das selbst gebaut haben. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Ist er der Moder von dieser Map? Ob ich jetzt richtig verstanden oder nicht? Alex. Ich glaube, dass ich das so verstanden habe vorher. Ja. 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 Ich würde jetzt gerne schreiben. Aber ich glaube, ich habe ihn richtig verstanden. Ja. Google Map Nachbau. Aha. Okay. Ja, aber du hast die Map selbst gebaut, Alex. Stimmt's? triangle undmış. Ja. Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alex, ist das Video unter den Namen, um zu finden, was du da herrlindern bist, oder wenn du auf YouTube einen anderen Namen hast? Also auf der Seite, was du holst. Na, magst du nicht? Okay, jetzt mag ich. Fragt habe ich gemeint. Na ja, noch einen nachher herrlindern, Christian. Ja. Da, was ich darf, da. Nachbar, Alter. Ich gebe es nur auf eine Anfrage. Ja, weiß ich, habe ja gerade gelesen. Achso, hast du etwas anderes getan, oder was? Ja, ich war am WC. Achso, dafür, okay. Das war schon eine Anfrage, Alex. Achso. Und der Kanal heißt, Pausale, Pausale gehen. Ich muss das mal aufschreiben. Schreibe ich mal auf, okay. Ah, der Kugelschreiber nicht, ist eh klar. Der auch nicht. Nein, wir weiß nicht, wenn der jetzt einmal schreibt. Ich war nicht, ich war nicht. Ich bin jetzt nicht mehr auf der Kugelschreiber, ich bin jetzt nicht mehr auf der Kugelschreiber. Alex K, für was gehört es K? Nur mal kurz nach dem rechten schauen. Martin, super, alles noch ok? Wir sind auch noch da. Wir leben noch, Martin, wir leben noch. Schön, dass du mal nach dem rechten schaust. Die Kleine hört mich nicht, dass er einen da herbringt. Ohne Aufschreiben wird das nichts. Na, wo ist er? Ah, jetzt geht's. Dann brauchst du noch gut zu rennen, dann geht er schon. So, jetzt holen wir es. Jetzt hat er schon gerade geschrieben. Ja, man kann halt nicht ohne suchen. Such. Oder was? Such, ok. Euch. Ohne Euch. Danke Volker. Wie viele Leute seid's? Mehrere, oder? Welch schreibt unser Kanal? Ja, das ist am besten mit mir. Nehmen wir ihn mir auch. Martin, drüben noch alles voll in Gange. Okay. Was? Okay, habe ich gesagt. Ach so. LS 19, Basale Gamas. Haben wir die ja schon. Neun Abonnenten. FS 19, Notvorstellung. Steierabrufe, CVT. Mit angepasstem Sound. Und da ist die Karte, LS. Ja. Ja, dann habe ich den Leck wieder zurückgezogen. Ja. Und nicht so viel Geld hat. Christian. 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 Ja. 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 Nein. Ja. Seite haben wir jetzt, die kennen wir jetzt. Wer schaut sich das sicher dahinter an, das merkt man. Nein, ich bin nicht da dran. Gut. In dem Sinn wünsche ich euch was. Einen schönen Abend noch. Weil heute haben wir doch schon zeitlich angefangen wieder einmal. Und fürs Nächste werden wir dann sehen, wie, was, wann, wo. Dankeschön fürs Reinschauen, fürs Zuschauen, für die Likes, alle miteinander, gell. Für die zwei Abos, wo es gekommen sind, gell. Richtig herzlichen Dank. Man sieht sich und hört sich. Eure Old Gamers. Tschüss, Baba, pia teich.